Ja, Hallöchen und herzlich willkommen, weil, dass ihr wieder mal mit am Start seid, hier zu einer kleinen Gothic 1 Total Conversion Mod. Ja, äh, der Wille der Götter heißt, äh, diese. Und diese Mod kam erst neulich raus. Ähm, und, ja, ich lese einfach mal vor, was hier im World of Gothic dazu geschrieben wird. Das sah sehr interessant aus und Jorgen hat mich auch dazu nochmal aufmerksam gemacht. Äh, Grüße gehen an der Stelle raus, ja. Ähm, wir haben hier eine Total Conversion Mod mit Spielzeit von etwa anderthalb bis zwei Stunden. Also ich kalkuliere jetzt einfach mal drei Stunden, weil ich hab keine Ahnung, was mich hier erwarten wird. Ähm, 16 Quests, eine ganze Reihe NPCs, teils neue, teils bekannte Gesichter. Die verlassene Mine ist aktiv und begehbar. Einige Skriptspielereien, wie einen dynamischen, zufallsgenerierten Respawn oder einen NPC-Begleiter, äh, bei dem das Kampfverhalten im Zuge einer Quest einstellbar ist. Was auch immer das bedeuten mag, klingt aber interessant. Und, ja, äh, also das heißt, eine neue Location haben wir hier am Start. Und, ja, ähm, die Handlung, äh, findet etwa sieben Jahre vor dem Fall der Barriere statt. Es gibt nur ein Lager und auch, äh, die Erzquelle, die später als alte Mine bekannt sein würde, ist doch nicht erschlossen. Einige Gesichter werdet ihr zwar wiedererkennen, aber vielleicht das ein oder andere davon, ähm, an anderen, äh, an einem anderen Ort als, äh, in der Gothic-Story. Ja, und, ja, äh, mit diesem Wissen gehen wir jetzt hier einfach mal rein. Ich hab nur mal einen kurzen Test gemacht, ob alles klappt. Ähm, das Spiel hat keine Sprachausgabe, das heißt, ich werde mein Bestes tun, alles vorzulesen. Ich hoffe nur, dass sich das nicht irgendwie, dass das irgendwie übersprungen wird, manche Dialogfetzen oder so. Ich hab extra die Untertitel angestellt, damit ihr das auch nochmal mitlesen könnt im Zweifel. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was mich hier erwarten wird oder was uns hier erwarten wird, aber ich hab, äh, Bock und ich freu mich, dass ihr genauso, äh, anscheinend Interesse habt, das rauszufinden. Mit mir gemeinsam. Schauen wir es uns mal an. Starten wir mal ein neues Spielchen. Und wieder einer mehr. Wer auch immer du da draußen mal warst, jetzt bist du einer von uns, Kleiner. Willkommen in der Kolonie. Kriegt das Gefahr, dass jeder zu hören, der hier reingeworfen wird? Yep, gehört dazu. Ich bin Bray. Ich bin hier dafür zuständig, dass Neue wie du wissen, wie es läuft. Und wie genau läuft es? Jetzt, wo du einer von uns bist, haben die Erzbürohne großes Interesse daran, dass du dich nützlich machst. Nur wer seine Arbeit macht, hat die Chance auf ein halbwegs angenehmes Leben in der Barriere. Und wer weiß, wenn du zu mehr, zu mehr taugst, äh, als du zum Erzschürfen, kannst du es im Lager vielleicht weit bringen. Ja, ich, äh, manchmal werde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen verlesen, weil die Schrift so klein ist. Auf meinem Riesenbildschirm hier ist das manchmal. Ein wenig schwierig zu erfassen, aber das bitte ich zu entschuldigen. Meine Lese-Skills sind jetzt auch nicht die besten, also von daher. So, ähm, wer sind die Erzbarone? Du sagtest, was von einem Lager... Was hat es damit auf sich? Du sagtest, was von einem Lager? Was hat es damit auf sich? Das Lager befindet sich im Zentrum des Minentals. Die meisten Gefangenen leben dort. Im Schutz des Walls. Des Walls. Die Bewohner des Lagers teilen sich in verschiedenen Gruppen auf. Es gibt die Butler, so wie dich, die Schatten, wie mich zum Beispiel, und die Gardisten. Ach ja, und natürlich die Erzbarone und Magier. Von denen wirst du allerdings wohl kaum einen zu Gesicht bekommen. Sie sitzen in der Burg und machen sich ein schönes Leben. Wer sind die Erzbarone? Die Barone sind die mächtigsten Männer in der Kolonie. Sie führen das Lager an und regeln den Handel mit dem König. Im Austausch für das Erz, das in der Mine geschürft wird, bekommen sie alles, was sie wollen. An der Spitze steht ein Mann namens Remus. Dann gibt es dann noch seine rechte Hand, Gommes, und den Verwalter, Raven. Bekannte Namen hier, ne? Was meinst du mit Butler, so wie dich? Was meinst du mit Butler, so wie dich? Jeder, der reingeworfen wird, fängt als Butler an. Sie sind diejenigen, die das Erz für den König und die Mine schürfen. Was ja auch erstmal logisch ist. Dort wirst du auch die meisten von ihnen finden. Wer nicht in alle Ewigkeit in der Mine schuften will, wird versuchen, der versucht, bei den Schatten aufgenommen zu werden. Wenn ich du wäre, würde ich zusehen, dass du Schatten wirst. Außer natürlich, du hast eine Vorliebe für ein Leben im Dreck. Kann ich nicht behaupten. Der sieht ein bisschen aus wie Milton. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht Milton spielen. Das wäre interessant. Aber hier steht nichts von Miltons Vorgeschichte, von daher. Achso, hier steht, wir schlüpfen die Rolle des Alec. Okay. Ja gut, das wird bestimmt hier auch noch gleich rauskommen. Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt die Stimmen so unterschiedlich einzustellen, dass ich jetzt so wie unser Protagonist immer klinge oder wie die anderen NPCs. Also da bitte ich um Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht so viel Varianz in die Stimme bringe. Aber ja, ich möchte halt eher mehr vom Inhalt mehr erfahren. Du sagtest, du bist ein Schatten. Was genau heißt das? Bei den Schatten werden diejenigen aufgenommen, die sich nützlich gemacht haben. Wir Schatten unterstehen zwar den Gardisten, aber die meisten können, die meiste Zeit können wir machen, was wir wollen. Klingt echt geil. Die meisten von uns sind Diebe, Jäger oder Händler. Jeder übernimmt die Aufgabe, in der er etwas taugt. Wenn du uns zeigst, dass es eine Verschwendung wäre, dich bei den Butleren schürfen zu lassen, dann bist du dabei. Erzähl mir mehr über die Gardisten. Die Gard untersteht direkt den Erzbaronen und ist verantwortlich für den Schutz des Lagers und der Mine. Wenn du also Ärger machst, wovon ich dir nur abraten kann, sind es die Gardisten, von denen du dich verantworten musst. Es gibt Magier innerhalb der Barriere? Ja, sie sind diejenigen, die diese verdammte Barriere errichtet haben. Aber sie haben sich verzettelt und sich selbst mit eingeschlossen. Jedenfalls haben die Magier einen Pakt mit den Baronen geschlossen. Sie lassen uns in Ruhe, wir lassen sie in Ruhe. Wie kann ich bei den Schatten aufgenommen werden? Du musst Leute finden, die für dich sprechen. Jeder hat ein Interesse daran, diese fähigen Leute, dass fähige Leute nicht der Mine versauen. Rede einfach mal mit ein paar Leuten und überzeuge sie davon, dass du das Zeug dazu hast, mitzumachen. Okay. Außerdem werde ich dir eine Aufgabe stellen, die Prüfung des Vertrauens. Solange du die nicht erfüllt hast, kann ich dich auch nicht aufnehmen. Wenn du denkst, genug Fürsprecher gefunden zu haben, dann komm zu mir. Alles klar. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Immer langsam. Erstmal solltest du dir das Lager etwas ansehen. Triff mich dort und wir reden über deine Prüfung. Ich muss weiter. Naja, ich das vergesse. Wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Alec. Alec also. Na dann, auf bald Alec. Ja, der Bri ist wohl so eine Art Diego-Verschnitt hier an dieser Stelle. So, wir sammeln hier erstmal wieder ein paar Sachen ein. Aber irgendwie, ich komm von dem Gedanken nicht los, dass wir Milton spielen, weil der sieht einfach genauso aus. Aber gut. So, ja, der altbekannte Austauschplatz hier. Ich glaube, diese Sache mit dem, diese Aufnahmeprüfung bei den Schatten und das Finden der Fürsprecher. Ich glaube, das wird so ein bisschen Hauptinhalt der Mod sein. Ähm, und von daher. Okay. Ja, ich hab die Facecam jetzt mal rüber gesetzt, weil ich den Lebensenergiebalken ein bisschen verdeckt hab. Das ist natürlich nicht so schön. Äh, ja. Hier haben wir mal, äh, gar nichts, leider. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wo wir eigentlich überall hinkommen können. Also, äh, ja, wir können in die verlassene Mine oder in die verschüttete Mine. Die ist wohl jetzt frei zugänglich. Sehr cool, ähm, und ich, ja, mal schauen. Also, ich mein, die Ananlage existieren ja noch nicht. Wir spielen, das ist ja hier alles wie so eine Art Prequel, was wir spielen. Ähm, und... Warte mal, ich mach mal kurz, äh, Effekte mal ein bisschen leiser. Sprache gibt's ja eh nicht, also, naja. Okay, hier gibt's auch niemanden, der am Tor steht und Wache hält, okay. Ich guck mal, ob's da irgendwelche Gegenstände pflanzen. Ich brauch halt erst mal ne Waffe, das wär... Ah, ja, perfekt. Äh, soviel zum Thema Waffe. Na? Ah, Fokus. Ach, come on. Bitte gib mir das Schwert. Ja. Okay, von da hinten. Nämlich, okay, ist ja cool. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein Schwert. Das ist schon mal sehr, sehr geil. So, Weisbeeren haben wir ja auch noch. Ja, ich spiele hier das Ganze mit, ähm, mit dem Renderer, wie ihr sehen könnt. Ich hab eigentlich auch die Quick-Loot-Mod drin. Aber ich weiß nicht, wie die Quick-Loot-Mod in Gothic 1 funktioniert, deshalb... Also, Rechts-Leak geht schon mal nicht. Ähm, naja, gut, nicht schlimm. Dann mit Ninja und mit dem System-Pack spiel ich. Aber sonst nicht mit mehr. Guck mal, wie weit ich gucken kann, ist ja mega. Ja, hier ist jetzt quasi die Mine. Ja, es ist halt schon besser, ne, für das alte Lager, wenn die Mine quasi hier direkt am Austauschplatz ist. Dann, äh, ist es ja schon so, dass da... Die können ja hier nicht überfallen werden vom neuen Lager. Das ist halt schon ziemlich effizient, muss man sagen. Askan, Mensch, grüß dich. Was machst du hier? Ich bin Askan, ich kümmere mich um die Mine. Darf ich in die Mine? Natürlich darfst du in die Mine, blöde Frage. Kannst du dich auch gleich nützlich machen. Hier, das sind die Essensrationen für die Butler, verteile die. Geil. Ähm, ich will bei den Schatten aufgenommen werden. Und? Bray sagt, ich brauche Fürsprecher, wenn ich mitmachen will. Und? Und du bist der Mienenaufseher. Wichtiger Kerl, viel Einfluss. Was willst du hören, Mann? Gute Frage. Ha. Verteile erst mal die Ration, dann reden wir weiter. Okay, cooler Dialog. Dialog. Cooler Dialog. Essensration. Hier, Butler-Ration haben wir bekommen. Okay. Aber bevor ich da jetzt reingehe, ich nehme an, es wird da ein Ladebildschirm geben. Ähm, gucke ich mich erst mal hier draußen noch ein bisschen um. Da drüben haben wir zwei Mallrats. Mal gucken, ob wir die schaffen. Probieren wir es mal. Ich schaue erst mal, ist das röstige Schwert vielleicht besser? Nö. Oh Gott. Ach, du Heilige. Okay, das ging jetzt besser als gedacht. So, mit altes Springen, sehr gut. Ähm, die Steuerung ist standardmäßig auch anders. Also, ähm, ich weiß nicht genau, was man sich bei der Steuerung, bei der Standardsteuerung gedacht hat. Ich musste aber erst mal alles umlegen, wie ich es gerne gebraucht hätte. Also, ähm, die Steuerung war nicht wie in Gothic 2 oder so standardmäßig, sondern die war irgendwie komisch. Also, ähm, Laufen war auf W, A, S, D und Pfeiltasten, mit dem konnte man gar nichts machen und so, so Terze. Also, weiß ich nicht. Ähm, ich spiele ja Gothic 1 prinzipiell eigentlich immer mit, äh, Keyboard. Ähm, also own die Tastatur ohne, ohne die Maus. Also, die Maus nutze ich nur ab und zu mal zum Ausrichten, aber sonst eigentlich gar nicht. Ähm, und sonst nur mit Pfeiltasten und, ja, wie, also den, ja, Pfeiltasten und halt, äh, SRG und so weiter. Ich finde die Leute krass, die Gothic 1 mit der Maus spielen, die sind einfach, das ist für mich zu advanced, das ist Next Level, das, damit kann ich nicht mithalten. Da braucht's jahrelange Übungen dazu. Okay, also der obere Eingang scheint auch verschüttet worden zu sein. Ich hätte gedacht, der ist offen tatsächlich, aber gibt wohl nur den einen Eingang bei Asgarn. Boah, 2 ist gewinnt, ob ich die schaffe, mal sehen. Das wird schwer. Oh, oh. Okay, ging doch besser als gedacht, aber die haben sich zumindest mehr gewährt als die Maul Rids. So. So. Also wie gesagt, Spielzeit sind hier angegeben anderthalb bis zwei Stunden. Wie gesagt, ich plane mir jetzt einfach mal drei Stunden dafür ein hier, weil ich der Meinung bin, äh, dadurch, dass ich ja keine Ahnung von dem Inhalt dieser Mod hab und mich erstmal vertraut machen muss mit den, mit dem Questdesign und, äh, ja. Der, der Spielwelt an sich wird das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern als jetzt diese vorgegebene Spielzeit. Aber schauen wir mal. Es handelt sich ja auch hierbei nur um eine Demo. Ja, das muss man auch klar dazu sagen. Also das heißt ja auch extra so, der Wille der Götter Demo. Ich weiß also nicht, äh, es ist also, nehm ich jetzt einfach mal an, es wird wohl geplant sein, dass, äh, noch mehr Inhalte hier dazukommen und dann später vielleicht eine Complete Conversion nochmal released wird. Zu einem späteren Zeitpunkt, aber ich weiß nicht. Also vielleicht verirrt sich ja der, der Chefentwickler hier in, unter das Video in die Kommentare. Da kann er ja gerne dazu ein bisschen was schreiben. Das pinne ich dann auch gerne an. Falls ihr den Modder kennt, den, äh, Head of Modding hier bei der Mod, dann sagt er mir auch gerne Bescheid, dass ich die Mod hier mal ein bisschen spinne. Und dass der hier auch gerne, ähm, seine Intention nochmal gerne in den Kommentaren niederschreiben kann, damit er ein bisschen Werbung machen kann für sich selber noch. Und für die Mod natürlich, falls er damit irgendwie große Pläne hat oder sowas. Ähm, der Anfang bisher, recht solide. Ähm, der Bray hat sich vorgestellt als, äh, ich nehme jetzt mal an, als Kopf der Schatten, so hat er jetzt auf mich auf jeden Fall gewirkt. Also er ist der Anführer der Schatten. Äh, offensichtlich zumindest. Ähm. Und alles weitere wird sich zeigen. So, dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal in die Mine rein. Ich nehme mal an, es wird einen Ladebildschirm geben. Ich glaube, das ist eine Next World hier. Ja, wie ich es mir schon gedacht habe. Ja, aber die Mine kennen wir ja hier auch schon, ne. Es gibt super viele, äh, Spitzhacke nicht mit dem doch. Es gibt, äh, es gibt ja schon ein paar Mods, die diese Mine hier nutzen. Da oben ist eine Spitzhacke in der Luft. Aber ich komme da nicht ran, schade. Ja, wie gesagt, also, ist es eine Demo, wenn es da noch ein paar fliegende Objekte gibt oder ein paar Bugs oder sowas. Dann ist das alles hier, ähm, alles okay. Und, ähm, ja. Also, in der Mod vergessen ist nicht vergangen. Gibt es ja zum Beispiel diese Mine auch. Ja, guck mal, hier ist Ian. Der ist hier immer noch Chef der Mine. Grimes haben wir hier. Aber gut, hier ist die, also in dem Fall ist die Mine hier sehr klein. Das ist wirklich nur eine sehr kleine Mine. Die haben hier alles zugemacht mit Stein und so weiter. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass die Mine ein bisschen größer ist. So wie es auch in anderen Mods der Fall ist. Aber die ist ja echt sehr klein, die Mine. Achso, wir müssen jetzt mit dem Butler wahrscheinlich quatschen, ne? Wer bist du? Ah, jetzt hab ich übersprungen. Äh, bist du schon länger hier? Kann man wohl sagen. Ich war einer der Ersten, die reingeworfen wurden. Ich bin zwar nur Butler, aber wenn es ums Schürfen geht, macht mir keiner was vor. Der gute alte Grimes. Sag mal, du hast nicht zufällig Lust, mir etwas zur Hand zu gehen? Was brauchst du denn? Was genau brauchst du denn? Weißt du, es arbeitet sich schlecht mit trockener Kehle. Ich hab Wasser dabei. Äh, was wäre, wenn du mir den anderen Jungs von Ole im Lager ein paar Flaschen Bier holst? Fünf Stück sollten reichen. Hm. Was hab ich davon? Du meinst, außer an dem reinen Gewissen ein paar armen Butler etwas Gutes getan zu haben? Mal überlegen. Richtig vorwurfsvoll. Äh, ich könnte bei Bray ein gutes Wort für dich einlegen. Das könnte dir die Aufnahme bei den Schatten erleichtern. Hm, was bringt mir denn die Fürsprache eines Butlers? Hey, was soll das denn heißen? Ja, ich bin nur ein Butler, aber Bray vertraut meiner Einschätzung, wenn es um neue geht. Sehr schön, ich hole euch euer Bier. Sehr schön, du wirst es nicht bereuen, keine Sorge. Äh, geh einfach zu Ole und kaufe ihm ein paar Flaschen ab, die bringst du mir dann. Hm. Ich hab da eine Ration dabei. Ein Bier wär mir ja extra lieber, Jungchen. Kann das Essen auch gerne wieder mitnehmen. Aber ich will mich nicht beschweren, danke dir. Moment, ich soll das Bier selbst bezahlen? Also, wie genau du rankommst, ist mir gleich. Du kannst natürlich auch versuchen, ungesehen ins Lager zu kommen. Aber das wird nicht einfach werden. Ole hat einen sehr leichten Schlaf und des Tags über das Lager nicht aus den Augen. Vielleicht kann Rano dir dabei helfen. Hm, okay. Ich geb erstmal die Ration ab. Ich habe deine Ration dabei. Ah, was zu beißen. Danke, Mann. Was kannst du mir über die Mine sagen? Oh, da gibt es nicht viel zu erzählen. Die Arbeit ist hart. Der Lohn Klein und die Erzbarone machen sich auf unsere Koste ein schönes Leben. Warum bist du dann noch hier? Was für eine blöde Frage, Alter. Was soll ich denn sonst machen? Bin ich in der Wildnis durchschlagen? Wohl kaum. Das ist echt eine dumme Frage, ey. Was kannst du mir über die Mine sagen? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Die Arbeit ist hart. Achso, das hatten wir gerade schon. Wer ist hier der Chef? Das sind Askan und Ian. Askan befiehlt die Wachen und ihn verwaltet die Erzlieferung. Also wenn die hier echt nur immer fünf Butler arbeiten lassen, dann ist die Effizienz der Mine, ey, glaube ich, nicht ausgeschöpft. Ich habe deine Ration dabei. Ah, was zu beißen. Danke, Mann. Wobei, es kann aber natürlich sein, dass zum jetzigen Zeitpunkt in der Kolonie noch gar nicht so viele Butler da sind. Wie im Gothic 1 dann später. Ah, das sind jetzt immer die selben Dialoge. Okay, dann kann ich das mal schnell hier überspringen. Ey, du da. Ey, ich habe Essen für dich. Ich habe deine Ration dabei. Oh, danke, Mann. Oh, danke. Ja, okay. So. Gut, dann haben wir jetzt allen eigentlich ihre Ration gegeben. Jetzt quatsche ich mal mit Ian. Wer bist du? Ich bin Ian. Ich verwalte die Mine. Also wenn du nichts Wichtiges hast, dann lass mich meine Arbeit machen. Du bist also so etwas wie der Chef hier. Nicht so etwas wie der Chef. Ich bin der Chef. Hier drin gilt mein Wort und nichts anderes. Ich dachte, die Schatten unterstehen den Gardisten. Da draußen mag das stimmen, aber hier in der Mine gelten andere Regeln. Mehr musst du dazu gar nicht wissen. Okay. Aber ich kann keine Aufgabe für ihn erledigen. Ich glaube, wenn ich irgendwie... Wer ist denn eigentlich dieser Ole? Ohne Ole Kohle. Nee, Ole ohne Kohle. Oder wie war das? Keine Ahnung. So, gut. Quatsch erstmal mit Askan. Wir haben die Ration verteilt. Wunderschöne Ladebildschirm übrigens an der Stelle. So, die Buddler haben hier Essen. Sehr gut. Weitermachen. Wie sieht es jetzt mit deiner Fürsprache aus? Ah, du hast dich nützlich gemacht. Meinetwegen kannst du mitmachen. Okay, das... Also, ich muss zugeben, das finde ich ein bisschen strange. Das ist ja mir jetzt einfach nur, wenn ich den als... Weißt du? Also, nee, ich finde das ein bisschen komisch. Also, wenn ich Askan wäre, hätte ich jetzt gesagt, Alter, du hast gerade mal fünf Rationen jetzt mal an die Buddler da reingegeben. Und du glaubst jetzt nicht ernsthaft, dass ich jetzt mich dafür ausspreche, dass du jetzt Schatten wirst, nur weil du ein paar Rationen an ein paar Leute weitergegeben hast. Also, das wäre mir ein bisschen zu wenig an Askans Stelle, ehrlich gesagt. Aber, gut, ich will mich mal nicht beschweren. Ich glaube, wenn ich Askan wäre, hätte ich jetzt irgendwie einen schwereren Auftrag gegeben, der irgendwie sein Leben fast gekostet hätte oder sowas. Dann hätte ich gesagt, okay, du hast wirklich eine gefährliche Aufgabe für mich erledigt. Oder eine nervige Aufgabe für mich erledigt, die ich nicht machen wollte. Oder hast du mir mal irgendwas aus der Bredouille geholfen oder sowas? Ja, du kannst meinetwegen Schatten werden. So, dann hätte ich das verstanden. Aber nur, weil ich als Neuling halt ein bisschen Ration da rumgeschleppt habe, da jetzt zu sagen, ja, du kannst Schatten werden, finde ich ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist ja hier alles auch nur eine Demo. Vielleicht wird das ja nochmal geändert oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, ich habe aber auch nicht viel Erz. Also, irgendwie jetzt Bier kaufen wird wahrscheinlich nicht drin sein, glaube ich. Aber gut, wir werden mal sehen. Oh, shit. Nein. Oh. Es ist natürlich in meinem Interesse, so wenig Schaden wie möglich zu kassieren. Mal sehen. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es im alten Lager aussieht. Also, wer dort... Warte mal, aber Xardas Turm steht anscheinend schon. Okay. Ich frage mich ja, ob wir es schaffen, in die Burg zu kommen. Ob wir dafür schon quasi... Ob dafür schon Inhalte da sind. Da kann ich mir mal gucken, ob die Wassermagier auch schon... Oder noch in der Burg sind, quasi. Also, Xardas ist anscheinend schon nicht mehr da. Xardas hat anscheinend schon das alte Lager verlassen in der Zeitlinie hier. Aber gut, lass mich mal überraschen. So, Radford und Drax stehen jetzt natürlich auch nicht hier. Aber dafür steht dort hinten ein Schatten. Wer ist denn das? Jetzt bin ich mal gespannt. Janek. Okay. Wer bist du? Was gehe ich das an? Mach, dass du wegkommst. Okay. Vielleicht wird er nochmal für eine Quest irgendwie später wichtig. Guck mal, da haben wir einen Wolf. Gucken, ob ich den schaffe. Ich hoffe mal schon. Es wird wahrscheinlich ein junger Wolf sein. Davon gehe ich aus. Okay. Also, was auf jeden Fall neu und interessant ist, sind diese Blutspritzer-Effekte. Die finde ich ganz witzig. Boah, ich muss zusehen, dass ich mein rohes Fleisch da irgendwie zu gebratenem Fleisch mache. Das wäre in meinem Interesse. Oh, Mann. Oder ist ein Ausgewachsener? Ja, die machen schon ein bisschen mehr Schaden, aber geben dafür halt auch mehr Erfahrungspunkte. Ganz gut. Ja, hier sind jetzt halt keine Wachen aufgestellt, was aber vielleicht einfach auch daran liegt, dass ja kein neues Lager da ist, der die Konvois überfällt. Von daher passt das ja. Gut, in diese Höhle mit den Wölfen dort, da muss ich jetzt nicht zwingend rein. Da warte ich erstmal, bis ich irgendwie sowas wie eine Butlerhose oder irgendwas in der Richtung habe. Ähm. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein. So. Gut, speichern wir hier nochmal. Und gehen wir mal da rein. Rein in die Olga. Moin. So, die quatschen mich nicht an, die lassen mich gewähren. Ja, so voll ist es jetzt hier nicht tatsächlich. So, hören wir wieder diesen Bray. Gibt anscheinend kein Torus. Young gibt's hier noch. Was willst du? Ich bin auf der Suche nach Fürsprechern. Das ist ja schön für dich. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für arme Schlucker wie dich? Du Penner. Du Arsch. Hast du vielleicht eine Aufgabe für mich? Du hast nichts zu tun? Dann ab mit dir in die Mine. Immerhin bist du Butler. Butler gehen buddeln. Das ist auch ein schöner Satz. Butler gehen buddeln. Ich will in die Burg. Darfst du aber nicht. Verschwinde. Ja, man merkt dir, die Gardisten sind noch nicht so zahlreich vertreten hier. Es sind immer noch mehr Dullis da als, oder Hosendose hier als, äh, Gardisten selber. Und, äh, es gibt noch nicht so dicke, also so ganz so viele dicke Rüstungen hier. So wie's aussieht. So, jetzt red ich schon mal mit diesem Bray erstmal. Was ist die Prüfung des Vertrauens? In letzter Zeit sind immer mehr Butler auf dem Weg zur Mine Wölfen zum Opfer gefallen. Es scheint ein ganzes Rudel zu sein. Sie müssen sich irgendwo im Wald nördlich des Lagers versteckt haben. Ich will, dass du die Biester findest und ausrottest. Oha, okay. Wenn du das schaffst, hättest du dem Lager damit einen großen Dienst erwiesen. Ich soll es ganz allein mit einem Rudel Wölfer aufnehmen? Finde ich auch ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Wenn du mutig bist, ja. Wenn du schlau bist, besorg dir etwas Unterstützung. Okay, das ist fernauf. Geh zu Laris. Er ist einer der Schatten hier im Außenring. Vielleicht kann er dir helfen. Interessant. Ja, das würde ich jetzt auch mal sagen. Wir gehen jetzt hier einfach mal ein bisschen durch den Außenring und gucken einfach mal, wen wir hier alles so finden. Oh, da oben stehen ja auch geradeisten. Wie cool. Mal gucken, wen wir hier mal so finden, jetzt im Außenring. Hier ist Laris, glaube ich. Erst mal gucke ich nach einem Händler, um Bier zu kaufen. Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Bier. Wie haben wir hier? Buddler, Buddler. Ja, Laris könnte ein NPC-Begleiter sein. Aber erst mal will ich versuchen, einen Händler zu finden. Da gehen wir doch einfach mal zum Marktplatz. Vielleicht finden wir hier jemanden. Wolf. Aha, interessant. Den haben wir auch am Start hier. Wer bist du? Brüo. Brüo, okay. Tretet näher, tretet näher, guter Herr. Malik. Kann ich euch etwas anbieten? Vielleicht eine neue Haarbürste? Ihr seht aus, als würde euch noch eine fehlen. Was soll das denn heißen, ey? Nein, sag nichts. Ich weiß, wonach ihr sucht. Ein guter Schluck herren Schnaps und die Lasten des Tages zu vergessen. Ja, oder doch nicht? Etwas anderes vielleicht. Es gibt nichts, was ich nicht anbiete. Außer den Waren, die ich nicht habe. Okay. Du bist also Händler. Euer Schafsinn sucht seinesgleichen, mein Herr. Man nennt mich Malik, meines Zeichens Krämer und stets zu Diensten. Okay. Tolles Schwert hast du. Zeig mir dein Kram. Der Kunde ist bei mir König. Oh, der hat aber Erz. Das ist tatsächlich gut. Dietrich hat auch einen Tränke- und Reisschnaps. Ja, okay. Ich kann dir mehr mal hier so ein bisschen Müll andrehen, was ich jetzt nicht brauche. Das kann ich zumindest ja mal zu Erz machen. Behalten wir noch eine... Wobei, nee, komm, die Spitzhacke kann eigentlich auch weg. Und das rostige Schwert gebe ich dem jetzt mal auch. Krieg ich wenigstens ein bisschen Erz dafür. So. Du bekommst doch bestimmt auch einiges mit. Ah, ihr seid spitzfindiger, als euer Gesicht zu vermuten lässt, guter Herr. In der Tat gehört es zum Tagwerk eines Krämers, immer gut informiert zu sein. Und würdest du diese Information auch teilen? Selbstverständlich, mein Herr. Gegen eine kleine Spende, um mich für ein offenes Ohr zu entlohnen, teile ich mein Wissen mit euch. An wie viel hattest du denn gedacht? Für euch nur 5 Erz. Also ein Spezialpreis. Für ein spezielles Gesicht. Okay. Warte mal. Ich lasse das erstmal noch. Ich brauche mal noch das Erz vorher. Ich quatsche mal kurz mit dem Wolf. Du könntest noch eine Schattenrüstung oder sowas für mich haben. Wer bist du? Ich bin Wolf. Ich arbeite als Rüstungsbauer für die Schatten. Bei dir kann ich Rüstungen kaufen? Hast du nicht zugehört? Ich fertige nur Rüstungen für Schatten. Und du bist keiner. Solange du nicht dabei bist, kann ich dir auch keine Rüstung machen. Kannst du mir wirklich gar nichts anbieten? Nein. Nicht mal eine gebrauchte Rüstung? Nervt mich nicht. Ich habe klare Anweisungen. Um nur Rüstungen an Schatten auszugeben. Und du willst dein Geschäftsmann sein? Wow. Hast du nie daran gedacht, deine Kundenbasis zu erweitern? Immerhin sind die Schatten nur eine kleine Teilmenge einer potenziell größeren Gesamtheit an Menschen, mit denen du Erz verdienen könntest. Ver-Zieh-Dich. Okay. Ja, ich hätte jetzt eher gehofft, dass der mir halt auch, ähm, Butler-Hosen und sowas verkaufen kann. Ist wohl aber nicht der Fall. Ja, wen haben wir denn hier noch? Das sind hier namenlose... Aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das alte Lager wirkt irgendwie noch recht leer. Also es sind nicht so viele Leute da, aber das ist ja auch okay, weil wir sind ja... Es spielt ja alles sieben Jahre vor den Ereignissen von Gothic 1. Also sprich, sind ja auch noch nicht so viele Leute hier. Es ist schon in Ordnung, sagen wir es mal so. Das heißt, äh, ich kann vielleicht in mehrere Röten rein und, äh, die ausnehmen. Aber ich habe noch keine Dietriche und Schlösseröftern kann ich auch noch nicht. Ist vielleicht noch was, was wir lernen sollten. Ryo! Ryo! Wer bist du? Ich bin Ryo, mein Junge. Ein Schatten, wie du bestimmt erkannt hast. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe? Tja, wenn du meinst, womit ich mein Lebensunterhalt verdiene, ich handle mit Büchern. Warum ausgerechnet Bücher? Äh, aber warum denn nicht? Ich habe bisher nicht den Eindruck, dass die Leute hier sonderlich belesen sind. Aha, lasst uns bloß nicht die falschen Leute hören, mein Junge. Aber das täuscht, weißt du? Jeder Mensch hat etwas, was ihn begeistert. Das gilt auch für uns Koloniebewohner. Und für alles gibt es irgendwo jemanden, dessen Vorliebe für eine Sache so weit geht, dass ein Buch entsteht. Siehst du, worauf ich hinaus will? Das klingt, als würdest du Schmuddel verkaufen. Ah, die fantasievolle junge Geist. Der fantasievolle junge Geist. Zeig mir deine Bücher. Wissen ist nicht nur eine Frage der Erfahrung. Ach ja, gut, Schlacht und Warand, Kampfkunst, Speedloop. Ich dachte jetzt halt wirklich, es hat irgendwelchen Schmuddelkram da. Den hätte ich gerne mal gelesen. Oh, guck mal. Du verkaufst ein Buch über den Einhandkampf. Interessantes Werk. Es hat schon vielen geholfen, ihre Fertigkeiten zu steigern. Dann denkst du, es kann mir helfen, besser zu werden? Kommt darauf an. Hast du denn schon Erfahrung mit Schwertkampf? Im Schwertkampf. Vor meiner Inhaftierung war ich ein brauchbarer Kämpfer. Aber das ist Monate her. Die lange Kerkerzeit hat ihre Spuren hinterlassen. Weißt du, ich glaube, kein Wissen ist jemals wirklich verloren. Du musst es nur wiederfinden. Das Buch kann dir dabei helfen. Aber ebenso wichtig ist dein gutes Training. Wenn du das Buch gelesen hast, dann komm zu mir. Vielleicht kann ich dir helfen, zu ein wenig deiner alten Stärke zurückzufinden. Okay, aber wie teuer ist denn das Buch? Wissen ist nicht nur eine Frage der Erfahrung. So, Kampfkunst. 100 Erz. Boah. Ah ne, der Einhandkampf. 80 Erz. Ja, okay. Aber das ist trotzdem noch recht teuer. Das kann ich mir im Moment einfach nicht leisten. Aber gut zu wissen. Es ist gut zu wissen, dass wir hier auch ein bisschen trainieren können. Und ich weiß jetzt nicht, der hat zwar jetzt von Stärke gesprochen, aber es kann auch gut sein, dass er halt Stärke jetzt im Sinne von körperlicher Stärke meinte und nicht kämpferischer Erfahrung. So, dann braten wir uns erstmal hier ein bisschen ein. Jetzt haben wir zumindest schon mal ordentlich, äh, Rationen. Wegzehrung, wenn man so möchte. Mini-Ruckler. Okay, wir haben hier eine Torwache. Ja, ist alles recht, äh, wie sagt man, es ist alles recht abgespeckt hier. Sehr medium. Von einer Menge der Soldaten, ja. So, wir schlafen bis zum nächsten Morgen, weil auf Regen habe ich jetzt wenig Lust. Muss ich ehrlich sein. Und, äh, es ist natürlich jetzt immer noch wichtig, dass wir hier die, äh, die interessanten Leute finden. Vielleicht, äh, gibt's ja auch schon jemanden wie Huno, den Schmied. Weil ich glaube, jetzt da rauszugehen und zu kämpfen, das, dafür ist es einfach noch zu früh. Ich hab nicht genug Erfahrung. Ähm. Aber wir haben 10 Lernpunkte tatsächlich, okay. Vielleicht kann ich diese 10 Lernpunkte in sowas wie Stärke oder sowas investieren. Oder eben halt in Einhandkampf. Steve. Hey Steve. Hey Steve. Du bist der Schmied. Richtig, Kleiner. Mein Name ist Steve. Für die richtige Menge Erz kann ich dir alles schmieden. Passt das so? Ich weiß nicht. Ähm. Ähm. Hier. Ähm. Ich will bei den Schatten aufgenommen werden. Und du suchst Leute, die für dich sprechen? Bray meinte, wenn ich genug Fürsprecher habe, wird er mich aufnehmen. Ich warte schon einige Zeit auf eine Lieferung Rohstahl von der Austauschstelle. Geh dorthin und erkundige dich danach. Wenn du mir meine Lieferung bringst, werde ich ein gutes Wort für dich einlegen. Also gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich könnte ein neues Schwert gebrauchen. Was ja auch logisch ist. Was ja auch logisch ist. Verkaufst du auch Waffen? Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, du findest was. Na ja, so sicher wäre ich mir da nicht. Ich hab 10 Stärke aktuell, ne? Ja, so ein grobes Schwert, das sollte schon drin sein, finde ich. Also ein grobes Schwert kostet auch nur 100, aber benötigt halt 20 Stärke. Kann der mir denn zeigen, stärker zu werden? Kannst du mir auch zeigen, wie ich stärker werde? Ah, du willst was lernen. Sehr gut. Die meisten Butler sind sich viel zu bequem für ordentliches Training. Ich kann dir ein paar Kniffe zeigen, mit denen du im Nu stärker wirst. Im Nu. Hilf mir, stärker zu werden. Yes. Ballern wir direkt in Stärke rein. Du siehst doch mal einiges kräftiger aus, Bursche. Okay. So, okay, aber ich hab halt noch lange nicht genug Erz, um mir dieses grobe Schwert zu kaufen. Brauch ich noch 80. Dann hätte ich zumindest erstmal ein bisschen Stärke und eine vernünftige Waffe. Okay, der will seinen Rohstahl haben. Ja, können wir dann nochmal gucken. Tarian. Auch ein cooler Name, finde ich. Wer bist du? Niemand, der daran interessiert ist, mit dir zu reden. Bist du immer so nett? Ja. Ich suche Leute, die für mich sprechen. Und damit nervst du ausgerechnet mich? Du bist doch Schatten. Hat deine Stimme keinen Einfluss? Natürlich hat sie Einfluss, du Witzbold. Aber ich werde... Ich habe weder Zeit noch Lust, mich mit Neulingen rumzuärgern. Achtet mal drauf, ne? Im Hintergrund sieht man auch diese... Das alte Kastell oben auf dem Berg. Sieht mega geil aus. Ähm, ich... Es muss doch irgendetwas geben, was du erledigt haben willst. Ich habe einen Gegenstand erhalten, okay? Sag mal, ist dir langweilig? Geh jemand anderem auf die Nerven. Du willst was zu tun haben? Hier, nimm mal einen Knüppel und zerhau damit die ganzen Fleischschwanzen. Ich soll Kammerjäger spielen? Ja, von den Biestern gibt es in letzter Zeit immer mehr oberhalb der Arena. Ich kann das ganze Gezirpe nicht ab. Kümmere dich darum. Okay. Gut. Dann, äh... Aber gut, ja. Ich kann das ja auch mit dem Schwert machen. Ich muss ja jetzt nicht wirklich den Knüppel holen. Hm, also ich... Ehrlich gesagt höre ich hier gar keine Fleischschwanzen. Ich weiß nicht, ob es Probleme gibt, wenn ich jetzt hier anfange, irgendwelche Sachen zu plündern. Okay, vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ah, und hier ist nichts von. Schade. Das ist so, die Truhen, die kein Schloss davor haben, da bin ich immer so, ähm... Da denke ich halt immer, okay... Die kann ich halt so öffnen. Also, ehrlich gesagt, ich höre hier gar keine Fleischschwanzen. Ah, doch, da vorne ist eine. Lästige Wands. Alter. Ich treffe die einfach nicht. Oder vielleicht kann ich die auch nur mit dem Knüppel treffen. Ah, guck mal. Offenbar kann ich die auch nur mit dem Knüppel treffen. Ja, oberhalb der Arena. Also hier wahrscheinlich auch von Gängen und so, ne? Ja, ja, da sind sie. So, ich nehme das Fleisch natürlich trotzdem mit. Warum nicht? Vielleicht brauche ich das Fleisch ja nochmal für eine Quest, ne? Ich finde, Kammerjäger zu spielen, finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Es gibt Erfahrungspunkte. Ich meine, wenn ich 20 Fleischpflanzen töte, die jede 10 Erfahrungspunkte bringen, sind das schon mal 200 Erfahrungspunkte. Kurz überlegen, ob ich richtig gerechnet habe. Rechnen war auch nie so meine Stärke, muss ich zugeben. Okay, aber ich höre noch welche. Habe ich zumindest gerade noch eine gehört. Ja, hier ist... Ah, warte mal. Kann sein, dass die unter mir ist. Oder... Ähm, vielleicht... Oh. Vielleicht hier so irgendwie. Ja, außerhalb. Ne, doch nicht. Okay. Naja, nicht schlimm. Wer bist du denn? Rano. Warte mal. Dein Name ist irgendwo gerade gefallen. Wo war denn das nochmal? Wer bist du? Mein Großfremder. Ich bin Rano, ein ehrenhafter Streiter im Namen der Gerechtigkeit. Gott, Alter. Du bist kein Paladin, Rano. Das ist nur in deinem Kopf. Streiter der Gerechtigkeit? Was soll das denn bitte heißen? Warst du mal Paladin? Ja, genau. Das dachte ich mir auch gerade. Weit gefehlt, Freund. Ich habe mir zur Lebensaufgabe gemacht, mich für die gerechte Verteilung von Eigentum einzusetzen. Ich nehme von denen, die zu viel haben und verteile es an jene, die zu wenig haben. Meistens an mich selbst. Okay. Ich dachte, das ist jetzt so ein Sowjet-Ding irgendwie, aber... Du bist also ein Dieb. Dieb ist ein unschönes Wort. Ich sehe mich selbst eher als Exekutive des Gleichgewichts. Okay. Alles klar. Oh Mann, ey. Ich bin auf der Suche nach Fürsprechern. Du willst den edlen Reihen der Schatten beitreten, mir als treuer Gefährte im Kampf gegen das Unrecht zur Seite stehen. Geiler Typ. Sowas in der Art. Wirst du für mich stimmen? Das kommt darauf an. Wenn du dich als wahrer Streiter der Gerechtigkeit erwiesen hast, dann werde ich dir meinen Segen geben. Bei uns mitzumachen, Freund. Und wie genau soll ich mich erweisen? Nichts leichter als das. Lerne eine unverzichtbaren Tugende der Gerechtigkeit von mir. Oh Mann. Das lautlose Fortbewegen oder das Öffnen verschlossener Wege. Dann kann mir gewiss... Da kann ich mir gewiss sein, dass du auf dem Pfad des Guten wandelst. Der Typ ist geil. Kannst du mir was beibringen? Ein Wissbegieriger, der sich im Dienst der Gerechtigkeit stellt. Ich kann dir als Lehrmeister dienen, Freund des Guten. Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu. Ich weiß auch nicht warum. Bei mir kannst du lernen, wie du ein paar gerechtig... Was? Wie du von... Wie du der Gerechtigkeit alle Türen öffnest. Ganz gleich, wie perfide sie verschlossen sind. Außerdem kann ich dir beibringen, dich ungesehen und ungestört zu bewegen. Damit kannst du den Blicken der Ungerechten entgehen kannst, die dich von deinem Vorhaben abhalten wollen. Okay, ich hörte, du könntest mir vielleicht bei etwas helfen. Ah, interessant. Was könntest du denn damit nur meinen? Ola hat eine Menge Bier in seinem Lagerschuppen, aber Bier ist teuer. Und du suchst nach deiner Möglichkeit, der Ungerechtigkeit des freien Marktes Einhalt zu gebieten. Der Typ ist mega. Ich verstehe, mein Freund. Nun, ich wäre wohl kaum ein Streiter des Gleichgewichts, wenn du dich mit dieser heiligen Mission nicht... Wenn ich dich bei dieser heiligen Mission nicht unterstützen würde. Wie genau kannst du mir helfen? Mal sehen. In das Lager zu kommen ist ein harter Brocken, ohne nächtig dort. Noch dazu hat er einen sehr leichten Schlaf. Zufällig habe ich ein Mittelchen dafür. Ein oder zwei Tropfen davon in seiner Mahlzeit und wird die Nacht schlafen wie ein Scavenger-Baby. Dann sollte es zumindest möglich sein, sich reinzuschleichen. Allerdings die Truhe, in der der das Bier aufbewahrt, ist verschlossen. Au, Mann. Das heißt, ich muss mich sowohl aufs Schleichen als auch aufs Schlösserknacken verstehen. Das wäre schlecht, so viele Lernpunkte habe ich nicht. Du hast es erfasst, mein spitzfindiger Freund. Ich kann dich in beiden Disziplinen unterweisen, aber ohne diese Fertigkeiten ist unser Vorhaben unmöglich fürchtig. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, sobald du das nötige Wissen von mir erworben hast. Okay, dafür muss ich wohl noch ein, zwei Stufen steigen. Aber okay. Später. Ich gehe jetzt nochmal erstmal kurz runter in die Arena und guck mal, ob dort noch Fleischschwanzen sind, die vielleicht zu der Quest mit diesen... Äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Gehören könnte. Guck mal, das ist doch der Reislord, oder? Haha, Reis. Ha, sehr geil. Der Reislord. Wer bist du? Ich bin Reis, Mann. Du bist der Reismann? Nein, Reis. Reis. Ich heiße Reis. Und was machst du hier? Ich arbeite für Ole. Er ist der Koch hier. Also kochst du? Ja, aber nicht alles. Die meisten Sachen macht Ole selbst. Ich bin nur verantwortlich für die Reisgerichte. Dann bist du also doch der Reismann. Mach dich vom Acker. Haha. Ich will bei den Schatten mitmachen. Wirst du für mich sprechen? Wohl kaum. Einfach so? Vergiss es, Mann. Du musst erst was für mich erledigen. Und was hast du da im Sinn? Hol mir 10 Portionen Reis von Ole. Ich dachte, du bist der Reismann. Warum hat Ole denn den Reis? Weil bei Ole das Lager ist, Mann. Schlaumeier. Und ich sollte den Reis holen. Genau. Hol mir den Reis. Reis für den Reismann. Kommt sofort. Hau ab. Komm nicht ohne meinen Reis wieder. Okay. Aber wo ist denn dieser Ole? Ich habe ja ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo der ist. Ich habe den noch nicht gesehen. Aber ist nicht schlimm. Wir gehen erstmal kurz in die Arena und checken mal, ob es hier noch Fleischwanzen gibt. Ja, Mann. Der Kammerjäger muss seine Arbeit gründlich verrichten. Ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet, dass hier noch irgendwie so ein Muttertier ist oder sowas. Ja, aber jetzt scheinen ehrlich gesagt alle Fleischwanzen tot zu sein. Das ist ja ganz gut so. Ja, aber wo ist dieser Ole? Der Ole ohne Kohle. Ja, das ist ja ganz gemütlich hier. Das ist übrigens ein gutes Versteck. Na gut, dann gebe ich erstmal die Fleischwanzen-Quest ab. Ich glaube... Das sollte eigentlich an den Wanzen alles gewesen sein. Tarian. Ich glaube, ich habe alle erwischt. So. Du glaubst, du hast alle erwischt? Ja, das sieht so aus. Keins von dem Biester mehr hier. Jetzt kann ich endlich in Ruhe schlafen. Was stehst du noch da? Wenn du eine Belohnung willst, weil du ein paar Fleischwanzen erledigen hast, bist du schiefgewickelt. Heißt, dass du wirst für mich stimmen? Ja, klar. Was auch immer. Nur nicht so viel Enthusiasmus. Ich weiß gar nicht, wie ich das verarbeiten soll. Ah, mach, dass du verschwindest. Also ich muss sagen, die Dialoge sind echt gut geschrieben. Die sind wirklich witzig. Und wenn man da noch ein paar coole Synchronsprecher noch dazu holt, dann können die das wahrscheinlich auch echt lustig vertonen. So, jetzt switche ich aber mal wieder auf das Schwert. Aber interessant, der wollte auch seinen Knüppel gar nicht zurückhaben. Na gut, soll mir recht sein. Jetzt ist nur die Frage, wo ist denn jetzt hier das Lager? Ah, da vorne ist wahrscheinlich... Ah, Snuff ist doch da. Cool. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Snuff sein soll. Schnaff, die Schnaff, Schnaff. Hui. Nee, Ole ist das tatsächlich. Ist nicht Snuff. Wer bist du? Du bist von euch lange hier, warst. Die meisten hier wissen, wer ich bin. Ich bin Ole. Ich koche hier. Meistens für Schatten und Butler. Versteht sich. Die hohen Herren in der Burg haben eigene Köche. Eine eigene Küche. Äh, du kannst dir auch eine Ration abholen. Einmal am Tag gratis. Was gibt es denn? Na, als tägliche Ration gibt es Eintopf. Wenn du etwas Abwechslung willst, musst du dafür zahlen. Hier, probier mal. Ich soll eine Lieferung Reis holen für, ähm, für Reis. So, eine Lieferung Reis also. Oh, die soll ich dir jetzt einfach so geben? Äh, ich weiß schon, wie das abläuft. Du nimmst dir den Reis aus dem Lager und dann brennst du dir damit durch und verscherbelst ihn. Was? Das ist nur Reis, Mann. Jetzt kommen wir wieder auf den Teppich. So läuft das nicht, Jungchen. Verscherbeln jetzt über... Der redet so, wie ich denke. So wertvoll ist er, Reis jetzt auch wieder nicht. Wenn Reis eine Lieferung braucht, soll er selbst vorbeikommen, der faule Sack. Naja, oder du könntest mir helfen, die Vorräte wieder aufzustocken. Dann sähe die Sache natürlich anders aus. Aha. Darum geht es dir also. Ich suche Leute, die sich für meine Aufnahme bei den Schatten aussprechen. Äh, ich habe im Moment andere Sorgen. Such dir jemand anderen. Und was sind das für Sorgen? Keine, die dich etwas angehen. Zieh Leine. Na gut, wie kann ich helfen? Und unser Fleisch geht zur Neige. Siklan war schon einige Zeit lang nicht mehr im Lager, um Neues zu bringen. Bring mir 10 Köln rohes Fleisch und du bekommst dein Reis. Verdammt, Alter. Ich habe gerade noch alles gebraten, was ich hatte, ey. Fuck. Das steht auf der Speisekarte. Das beste Essen, was du in diesem Drecksloch hier kriegen wirst. Naja, Bier halt, ne. Aber ist halt teuer. Kann ich mir nicht leisten. Ja, Mist. Jetzt habe ich natürlich alles an rohes Fleisch, was ich halt hatte. Das habe ich jetzt halt schon verkauft, ey. Das ist ärgerlich. Mist. Muss ich erstmal wieder neues rohes Fleisch besorgen. Wen haben wir denn hier noch so? Na gut, dann quatschen wir erstmal mit Laris. Vielleicht kann er ja mit mir auf die Jagd gehen. Oder sowas. Schauen wir mal. Fangen wir mal an. Bist du Laris? Ein neuer, was? Ja, ich bin Laris. Hattest du mich etwa gesucht? Ich bin auf der Suche nach Fürsprechern. Ah, du willst bei den Schatten aufgenommen werden. Tja, wenn das so ist. Mir fällt nichts ein, was du für mich erledigen könntest, fürchte ich. Wenn sich aber noch was ergibt, gebe ich dir Bescheid. Bray sagte, du könntest mir bei meiner Prüfung des Vertrauens helfen. So, sagt er das. Was soll ich denn für ihn erledigen? Was sollst du denn für ihn erledigen? Ich soll ein Rudel-Wölf-Haus für dich machen. Dass du den Weg zur Mineheim sucht. Ein ganzes Rudel? Verdammt. Das könnte alleine tatsächlich schwierig werden. Na schön, sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl. Sonst heißt es wieder, ich wäre schuld, dass du uns hops gegangen bist. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Dann können wir los. Kann ich von dir lernen. Tja, dann bist du an den richtigen Geraden, Kleiner. Wenn es um Geschicklichkeit geht, können die wenigsten im Lager mit mir mithalten. Halte dich ruhig an mich. Ich kann dir einiges beibringen. Okay, speichern wir erstmal. Wir machen das mal. Ich gehe jetzt momentan immer auf die Jagd, aber ich glaube nicht, dass ich überleben werde, ehrlich gesagt. Gehen wir. Na dann mal los. Achso, der folgt mir. Ich dachte, der geht voran. Tja. Okay, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, Mann. Wo genau das Rudel sein soll. Aber ich denke mal, weil das ein Janek oder Janek oder so, wie der heißt. Ja gut, aber jetzt haben wir Laris als Begleiter dabei. Das ist eigentlich ganz cool. Der kann mir auf jeden Fall helfen, ein paar Viecher platt zu machen. Ich glaube nicht, dass diese zwei Wölfe dort diese besagten Wölfe sein sollen. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber wir gehen trotzdem mal auf die drauf. Das war knapp, aber ich brauche das Fleisch. Das auf jeden Fall. Höllenpilze. Und keine Höhlenpilze. So, schauen wir uns jetzt mal ein bisschen hier um. Ich habe zwar schon 20 Stärke, aber mir fehlt halt noch Haufen Erz. Und vor allem Lernpunkte. Und dieses komische Fleisch. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Wo ist denn Laris? Folgt der mir hier nicht hin? Oder hängt der irgendwo fest? Laris, wo bist du? Hä? Das ist mir ohne Spaß. Wo ist denn der? Ist der jetzt wieder ins Lager zurück? Ich lade nochmal kurz neu. Der ist irgendwie einfach jetzt weg. Bruder, Schuss, Laris. Hey Lars, alter Gauna, wie bist du hergekommen? Ich würde es mir mal kurz prüfen, ob der mir jetzt folgt. Okay. Kann vielleicht sein, dass er gerade nur ins Fluss gefallen ist oder irgendwie sowas. Passiert. So, was haben wir denn hier? Ah, guck mal, da sitzt auch einer. Ah, das ist dieser Siglan, dieser Jäger. Wer bist du? Ich bin Siglan. Und das ist mein Jagdrevier. Was willst du? Meine Beute verschrecken? Coole Tattoos. Du bist hier also Jäger? Du bist also Jäger, sagt er. Ich bin der beste Jäger, der hier reingeworfen wurde. Der hier je reingeworfen wurde. Aber wie hast du das denn angestellt, um überhaupt... Was hast du überhaupt angestellt, um hier reingeworfen zu werden? Hey, du bist ganz schön neugierig, Junge. Sagen wir, manche Praktiken sind bei der Jagd nicht gerne gesehen. Ich bin auf der Suche nach Fürsprechern. Wie so viele. Ich vergebe meine Fürsprache nur an jene, die sich auf die Jagd verstehen. Ich werde dir dieselbe Prüfung stellen, die ich allen stelle. Die mich um meine Stimme aufsuchen. Bring mir einige Trophäen von deiner Beute. Es könnten Wolfsfälle, Krallen, Zähne oder Lörker heute sein. Das ist mir gleich. Aber es sollte genug sein, um mindestens 200 Erz am Markt zu erzielen. Alter Schwede. Wenn du das schaffst, kannst du von mir aus mitmachen. Du sprichst von Wilderei. Nein, die Paladine schert das nicht. Was und wie viel du jagst? Dafür wurden nur die wenigsten eingebuchtet. Was meinst du denn dann? Wusstest du, dass man Snap am leichtesten aus der Deckung locken kann, wenn man einen Köder verwendet? Manche Köder sind dafür geeigneter, speziell solche, die am Leben sind. Speziell solche, die versuchen, Ehrlichjäger über den Tisch zu ziehen. Ach so, okay. Mehr muss ich gar nicht wissen. Ich habe Trophäen für dich. Dann schauen wir mal, ob es reicht. Was hast du denn für mich? Ja, ehrlich gesagt, habe ich gar nichts. Ah, okay. Das ist alles, was ich dir geben kann. Das reicht noch nicht. Komm wieder, wenn du Trophäen im Wert von mindestens 200 Erz bringen kannst. Kannst du mir zeigen, wie ich Tiere ausnehmen kann? Kommt da ganz darauf an. Was denkst du, mit diesem Wissen anzustellen? Hä? Ich muss dir doch Jagdtrophäen bringen, Mann. Na, ich will die Trophäen für deine Fürsprache sammeln. Ja. Nein, Junge, die Jagd ist nicht mittel zum Zweck. Sie ist weitaus mehr. Die Jagd ist ein Tanz zwischen einem Raubtier und seiner Beute. Ein Werben um die Gunst des Schicksals, das allen darüber entscheidet, ob die Beute... Okay. Du musst noch viel verstehen, bevor du wie ein echtes Raubtier werden kannst. Aber gut, ich werde dich unterweisen. Hä? Okay. Bring mir was über die Jagd bei. Ich bin bereit für eine Lektion. Ah, fünf Lernpunkte. Die ich gerade nicht habe. Aber die ich mir schleunigst aneignen sollte. 400 Erfahrungspunkte brauche ich noch. Ja, okay. Weil das Problem ist jetzt natürlich, ich habe jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht, wie groß... Also, wo ich überall hinlaufen kann. Und wo ich überall hinkomme. Und wo überhaupt überall Viecher sind. Wenn ich die ganze Kolonie bereisen kann, dann ist das eine Sache. Aber wenn die Kolonie irgendwie regional abgesteckt ist, sodass ich nicht überall hinkomme. Und ich habe dann alle Viecher schon getötet. Und dann wird es ein Problem geben. Aber ich sollte jetzt erst mal... Auf jeden Fall die Jagd-Talente lernen. Und danach erst die Diebestalente. So, Laris, komm mal mit. Ich muss jetzt irgendwie an diese 400 Lernpunkte... Äh, 400 Erfahrungspunkte kommen. So. 310 noch. Aber das Fleisch kriegen wir jetzt zumindest schon mal rein. Ich würde auch da vorne mal auf die Scavenger gehen. Ich glaube, die könnten die fehlenden Erfahrungspunkte bringen. Speichern wir natürlich. Mit Laris' Hilfe soll das kein Problem sein. Ja, Laris, wie sieht's denn aus? So, jetzt haben wir das Fleisch zumindest schon mal zusammen. Sehr gut. Ich brauche noch... 130. Der Lurker wird mir zwar nicht 130 bringen, aber... Wobei, nee, den sollte ich nicht umlegen. Ich sollte mich nur an Viecher halten, die... ...keine Jagdtrophäen bringen, wie Scavenger oder Mallrats. Die bringen halt eh nur Fleisch. Wenn ich die jetzt alle töte, ist das nicht schlimm. Wenn ich jetzt aber Wölfe, Lurker oder Warane oder sowas töte, die mir Jagdtrophäen bringen könnten... ...dann wäre das schlecht. Dann kann ich die ja nicht mehr ausnehmen im Nachgang. Der haut ab. So. Okay. Sehr gut. Könnten das davor nur diese besagten Wölfe sein? Aber die will ich nicht töten, weil ich brauche die Felle und die Trophäen. Ich brauche jetzt erstmal noch Scavenger und Mallrats weiter. Aber ich denke mal, hier in der Gegend sollten bestimmt noch welche sein. Das wäre ganz fein. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Questwölfe hier in der Höhle sind. Ich dachte schon, Laris ist wieder weg. Okay. Das ist jetzt überraschend, dass hier nichts ist. Das ist... Also ich hätte jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass diese Wölfe, die den Konvois oder den Weg zur Miene überfallen, von hier aus immer kommen. Das wäre irgendwie logisch für mich jetzt gewesen, aber... Na gut. Wenn das nicht ist, dann ist es nicht. Gucken wir uns mal hier weiter um. Ob das Räuberlager schon existiert? Ob Quentin und seine Räuber da sind? Ah, ich glaube, das sind die besagten Questwölfe. Okay, ich glaube... Ja. Da vorne sind sie. Ein ganzes Pack. Wie wollen wir vorgehen? Ich will die, ehrlich gesagt, noch gar nicht machen. Mach, wie du meinst. Ist mir sowieso am liebsten. Ich will die, ehrlich gesagt, noch gar nicht angreifen. Komm mal mit, Laris. Oder nee, komm, ich lade hier erstmal neu. Wie gesagt, weil ich brauche die Trophäen, deshalb kann ich die jetzt noch nicht platt machen. Komm schon, Mann. Ich brauche nur noch 10 Lernpunkte oder so. 10 Erfahrungspunkte. 30, okay. Dann habe ich erstmal ein Level ab und dann kann ich erstmal die Jagdtrophäen lernen. Komm schon, hier muss doch irgendwo noch ein Scavenger oder ein Mallred oder sowas. Muss doch hier irgendwo noch rumgammeln, Mann. Shit. Das kann doch jetzt nicht schon alles gewesen sein, hier. Hm. Ach, Mensch, Laris, wo bist du denn? Der hängt da fest. Okay, dann gehen wir erstmal weiter in den Wald rein. Hm. Tja. Ich brauche... Ich will das jetzt echt so versuchen durchzuziehen. Ein Scavenger oder ein Mallred brauche ich. Oder meinetwegen ein einzelner Wolf. Okay, gut, ein einzelner Wolf würde auch gehen. Und mir geht es halt um diese Jagdtrophäen. Ah, guck mal, ein einzelner Wolf, er sagt sie. Oh, oh, okay. Okay, 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 okay. Wenn diese anderen Wölfe auch so stark sind, na dann gute Nacht. Okay. Puh. Das wird so witzig. So, jetzt können wir erstmal mit diesen Erfahrungspunkten gehen wir jetzt erstmal nochmal zu diesem Jäger und lernen nochmal das Jagdtalent. Dann haben wir noch 5 Lernpunkte übrig. Die will ich erstmal sparen oder abwarten. Ich weiß halt nicht, wie viele... Ich weiß halt nicht, wie viel wir für die... Für die... Na? Sag schon. Ich weiß halt nicht, wie viel wir für die Diebestalente noch brauchen. Das wäre halt schwierig. Aber wenn wir das erstmal erledigen, die Prüfung des Vertrauens, ich glaube, das ist schon... Da haben wir schon einen ordentlichen Schritt gemacht. Und wir könnten mit Laris auf diese Art und Weise noch schön leveln gehen durch die Kolonie. Das wäre eigentlich was cool. Erstmal gehen wir zu diesem Jäger. Ich glaube, ohne Laris wäre das hier wirklich bockschwer. Ohne Rüstung, ohne vernünftige Waffen, ohne irgendwas... ...stelle ich mir das schon nicht angenehm vor, ehrlich gesagt. Ich kann ihn hier ehrlich gesagt nicht stehen lassen. Guck mal, mit Laris. Ich habe Angst, dass er despawnt oder sowas. Okay. Na dann, Siklan. Bring mir was über die Jagd bei. Teach me about... Hunting. Ich bin bereit für eine Lektion. An welche Trophäen komme ich am einfachsten? Die einfachsten Trophäen, die du deiner Beute abnehmen kannst, sind Klauen und Zähne. Okay. Setz dein Messer nah am Ansatz an. Versuche, möglichst wenig des umliegenden Fleisches mit herauszuschneiden. Dann setzt du einen sauberen Schnitt und fängst vorsichtig an, den Zahn oder die Klaue herauszuhebeln. Vergiss nicht, sie gleich zu säubern. Fleischreste fang schnell an zu verwesen. Mit einer ähnlichen Technik solltest du auch keine Probleme haben, den Flügel von Blutfliegen unbeschadet zu entfernen. Ja, komm. Was gibt es noch für Trophäen? Einige wertvolle Dinge, welche die Jagd vorliegen, sind Fälle und Häute. Ja, die brauche ich. Die brauche ich. Das Prozedere ist in beiden Fällen gleich. Besonders beim Häuten von Reptilien solltest du darauf achten, dass dein Messer schön scharf ist. Damit ich ganz so... Okay. Schneidest du am Bauch entlang an den Läufen und dann beginnst du mit dem Abziehen. Dieser Quadratschädel, ey. Du gehst mit deinem Messer immer schön nah unter die Haut entlang und ziehst das Fell vom Fleisch. Mit etwas Übung geht das ganz von selbst. Noch ein Tipp. Wenn du dein Messer immer schön scharf hältst, kannst du auch mit den sekrethaltigen Trophäen wie Blutfliegenstacheln oder die Zangen von den Crawlern arbeiten. Pass dabei auf, wo du schneidest. Du willst die Drüsen nicht öffnen. Da sie den wertvollsten Teil darstellen. Okay. Ich kann noch mehr lernen, theoretisch. Auf der Jagd gibt es eine Regel der Natur. Bist du den Regeln der Natur unterworfen, es liegt an deinen Fähigkeiten, welche Rolle du spielen wirst. Jäger oder Gejagter. Überleben kann nur jener, der auch weiß, wenn er flüchten muss. Manche Tiere werden dir nicht ins Wasser folgen. Nutze dieses Wissen. Okay, ganz cool. Also wir haben jetzt für 10 Lernpunkte eigentlich schon das meiste gelernt, was wir lernen können. Ich weiß nicht, was jetzt noch die letzte Stufe bringt. Also wenn ich jetzt nochmal 5 Lernpunkte zahle, weiß ich jetzt gerade gar nicht, was wir da noch alles kriegen könnten jetzt. Aber ich gehe erstmal ins alte Lager zurück. Gebe das Fleisch dem Koch ab. Wobei aber andererseits... Ich glaube, wenn wir Laris dabei... Ich denke schon, Laris schafft es sicherlich, mit einigen Wölfen gleichzeitig aufzunehmen. Also einigen ausgewachsenen Wölfen. Ich rede jetzt nicht von so kleinen Wölfen, jungen Wölfen. Die schafft er auch sicherlich easy. Aber ich rede jetzt schon von den ausgewachsenen. Die wird er sicherlich auch schaffen, glaube ich. So, dann probieren wir es erstmal in diesem kleinen Trupp Wölfe hier unten. Zwei sind das. Ich dachte, es werden mehr. Bevor wir jetzt quasi zu dem ganz großen Trupp da hochgehen. Das sind ja irgendwie 5 Wölfe gewesen oder 4 oder so, was ich gesehen habe. Okay, Laris, do your thing. Boah. Okay. Ein Biss. Halte ich aus. Aber ein zweiter bringt mir den Tod. Vielleicht sollten wir die Taktik verwenden, dass Laris versucht, die Wölfe auf sich zu ziehen. Der schafft das, glaube ich, alleine gegen 5. Ich kann ihm da nicht großartig helfen. Ich glaube auch nicht, dass ich sehr viel Schaden an den Viechern mache. So, aber erstmal gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ich will schon auch hier alles mitnehmen, was es zu finden gibt. So. Waldbären. Ja, aber noch ein bisschen Kleinzeug. Über uns sind auf jeden Fall Morals, aber das ist nicht schlimm. Ja, die alte Mine müsste es jetzt... Die dürfte ja noch nicht erschlossen sein. Zumindest stand es auch in der Beschreibung. Ich würde aber trotzdem mal hingehen. Einfach mal, um zu gucken, wie es dort aussieht. Weil mit Laris an meiner Seite kann mir ja nicht viel passieren eigentlich. Der schafft das schon. Aber ich wüsste jetzt zu gern, wie das jetzt hier aussieht. Auffällig auf jeden Fall. Hier sind Fässer. Das heißt, Menschen waren hier auf jeden Fall schon mal gewesen. Ja, aber hier gibt es natürlich nichts. Keinerlei Gebäude, gar nichts. Die Höhle ist auch nicht da. Es ist einfach nur ein Stein davor gesetzt. Okay. Ja, aber ist ja auch in Ordnung. Aber hier ist es trotzdem ein bisschen leer. Also ich finde, hier hätte man schon noch ein paar Bäume hinsetzen können. Irgendwie oder... Weiß ich nicht. Ein paar Tiere, irgendein Rudelsnapper hätte hierhin langenranden streifen können. Irgendeine Quest hätte man noch hierhin machen können. Oder irgendwie sowas. Oder ein Eremiten oder... Irgendwas hätte man hier bestimmt hin machen können. Irgendwas wäre möglich gewesen. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und holen uns jetzt mal dieses große Rudelwölfe. Dieses Quest-Rudelwölfe. Das wird bockschwer. Ich glaube auch nicht, dass wir es direkt beim ersten Mal schaffen. Aber ich sage einfach Laris... Dass er vorgehen soll. Und die Viecher die Akku auf sich ziehen sollen. Und ich ihn versuche zu unterstützen. Ich glaube, das ist das Beste. Schön speichern. Ich habe immer Angst, dass ich den verliere. Wie der Wolf in meine Richtung schon geguckt hat. Cool. Oh. Das mit dem seitlich Laufenden ist ganz... Wenn das so unkontrolliert stattfindet, ist das echt nicht einfach. So Varane. Ich glaube, an den ihrer Häute komme ich auch schon ran. Die Häute-Show. Grüße gehen raus an Alex Mateka. Der diesen Joke gebracht hat bei den Synchronaufnahmen von Dirty Swamp. Zeig mir, wie ich Tiere häute. Die Häute-Show. So. Die werden mich auf jeden Fall töten. Ja, Laris schafft das schon. Also wenn er es alleine gegen drei Warane aufnehmen kann, dann kann er es auch alleine gegen drei, vier Wölfe aufnehmen. Ich selber mache so einen Waran wahrscheinlich keinen Schaden. Ich probiere es mal, aber... Doch, geht. Das ging doch besser als gedacht. Interessant. Warane bringen aber, so wie es aussieht, keine Häute. Keine Reptilien-Häute. Na gut, aber ist ja nicht schlimm. Krallen immerhin. Die können wir schon nutzen, um zu verkaufen. Damit können wir jetzt auch ordentlich Geld scheffeln, um auch mir das grobe Schwert zu kaufen beim Schmied. Eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, Laris, bist du bereit? Teamarbeit. Beziehungsweise, du machst alles alleine. Ich bin doch zu schwach. Ich kann vielleicht einen Wolf angreifen oder einen töten vielleicht, aber vier auf keine Chance. Da vorne sind sie, ein ganzes Pack. Wie wollen wir vorgehen? Lenk sie auf dich. Alles klar, halt mir den Rücken frei. Ach, das ist ja lächerlich, Alter. Okay, warte mal. Äh, scheiße. Hä? What? Was ist jetzt los? Bin ich jetzt hier gelandet? Was hast du angerichtet? Das Raumzeitgefüge ist aus den Fugen geraten. Etwas, was nicht bestimmt war, ist eingetreten. Jetzt ist alles kaputt. Hä? Was geht jetzt ab? Ich rede mit mir selber. Geh in der Zeit zurück und sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Ha, das ist ja witzig. Das ist ja witzig gelöst. Kann ich hier irgendwo hin? Wo bin ich denn hier? Ach, ich bin überhaupt der Austauschstelle, glaube ich, oder? Glaube ich schon, ne? Okay. Interessant. Okay, also der schafft's doch nicht. Der schafft's doch nicht gegen die Wölfe. Fuck. Okay, dann ist es vielleicht doch eine Taktik, dass wir, ähm. Dann ist es vielleicht doch eine Taktik, dass ich die auf mich locke. Aber ich halte ja nicht mehr als zwei Bissen aus. Unterstütze mich mit dem Bogen. Fernkampf also, soll mir recht sein. Okay, wir locken aber nicht alle. Okay, nice. Das sind aber auch nur junge Wölfe, angeblich. Aber reicht trotzdem, um Laris Probleme zu bereiten. Na gut, wenn wir die auch alle einzeln machen können, dann ist mir das auch recht, ehrlich gesagt. Okay, scheiße. Oh, das war der Leitwolf. Nein, fuck off. Oh, nee. Ah, Mann. Das war so knapp. So knapp, Mann. Okay, aber es ist eine gute Taktik, einzeln ranzugehen. Das kriegen wir schon hin. Da ist offenbar ein Wolf dabei, der ziemlich krass ist. Ja, Bruder. Keine Chance, Alter. Das ist viel zu heftig. Bro, wie soll ich's machen, Alter? Keine Chance, Alter. Shit. Ja, genau. Alle vier. Laris, was machst du denn, Alter? Ey, jetzt stand er nur da und hat nix gemacht. Dieser Dullibert. Boah, das ist ganz schwer. Alter, die Steuerung. Bro, Laris, hilf mir! Na ja, jetzt stirbt er auf jeden Fall, weil der Leitwolf einfach zu stark ist. Boah, das ist also... Das ist schwer. Ja, jetzt häng ich dem Baum fest, Bruder. Laris, mach mal bitte. Äh, okay. Nein, 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 weg da, weg da, weg da! Laris! Laris, was machst du denn? Jetzt stirbt er einfach, weil er nicht gegen den Wolf da kämpft. Warum denn? Ach, Mann. Ey, come on. Okay. Das verstehe ich nicht. Warum kämpfst du denn nicht gegen den Wolf, der dich angreift, du Dulli? Noch offensichtlicher geht's doch nicht. Das ist jetzt geht das schon wieder los, der greift einfach nicht den an den Angriffen. Der muss sich halt einfach töten. Das ist so dumm, Alter. Ich probiere das jetzt noch einmal, wenn das jetzt nicht geht, dann lassen wir es erstmal. Okay, cool. Das können wir sogar erstmal speichern. Okay, okay. Jetzt schaffen wir es. Yes. Okay, nice. Das war knapp und ich sollte speichern auf jeden Fall. Das war's mit dem Biester. Das war ein ganzes Stück Arbeit, ja. Kann man wohl sagen. Danke für deine Hilfe. Naja. Kein Problem. Hast dich gut geschlagen. Wenn Bray mich fragt, werde ich ihm erzählen, dass du zu gebrauchen bist. Schade, jetzt kann ich den aber nicht weiter als dauerhaften NPC mit durch die Kolonie nehmen, glaube ich. Das hätte ich mehr ausnutzen können, leider. Äh, müssen. Naja. Okay, aber ist nicht schlimm. Dann gucke ich mich jetzt erstmal auf eigene Faust hier weiter um. Wir haben ja gespeichert. Und das erste Mal ist erledigt. So, wir haben jetzt die besagten anderthalb Stunden jetzt durch. Glaube aber nicht, dass die Mod jetzt hier an der Stelle schon vorbei ist. Guck mal, es gibt tatsächlich schon sowas hier wie das Räuberlager, glaube ich. Es scheint wohl aber niemand hier zu sein. Naja, ist keiner da. Da gucke ich mich jetzt trotzdem mal hier um. Oh nein. Naja. Muss ich mal kurz entbanken. Tja. Aber hier gibt es auch anscheinend nichts zu looten. Nö. Na gut. Gehen wir mal zurück ins Lager. Beziehungsweise. Gehen wir mal zurück erstmal zum, äh. Zu diesem Jäger. Denn. Der wird ja jetzt vermutlich schon, äh. Ich glaube, ich habe jetzt schon Wertgegenstände. Also Jagdtrophäen im Wert von. Mindestens 200 Erz dabei, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Klauen, Fälle, was weiß ich nicht alles. Aber zum nächsten Level ab brauchen wir halt noch ein bisschen. Naja, so viel ist das gar nicht mehr. Da könnte ich aber die Diebestalente lernen. Schauen wir mal. Ich hätte mit Laris noch den Lurker da drüben platt machen sollen. Mist. Alleine werde ich den wohl nicht schaffen. Ich probiere es mal. Aber ich denke nicht, dass ich den schaffen werde. Ich überlege auch ehrlich gesagt gerade schon wirklich, ob ich jetzt erstmal aber ins alte Lager gehe. Und ob ich, äh. Mir erstmal das Schwert kaufe. Aber. Ne. Gut. Lassen wir das erstmal. Wir gehen erstmal. Ich muss erstmal Führsprecher sammeln. Das ist zumindest jetzt ein safer Führsprecher, den ich für mich jetzt gewinnen kann. Und das passt. Alles andere ist Zugabe. Vielleicht habe ich ja da noch ein paar Jagdtrophäen übrig. Vielleicht muss ich nicht alle abgeben, um diese 200 Erz zu erreichen. Vielleicht kann ich ja ein paar behalten. Und von denen kann ich mir dann immer noch das Schwert kaufen. Dann wäre das eine Win-Win-Situation. Ich habe einen Führsprecher, einen weiteren und ich habe ein Schwert. Jo. Jo, Siklan. Was geht ab? Ich habe Trophäen für dich. Dann schauen wir mal, ob es reicht. Was hast du denn für mich? Wolfsfälle. 160 Erz. Zähne. 302. Okay, das sollte genug sein. Genug. Das soll mir reichen. Nicht schlecht, Junge. Steht kein Zweifel, dass du zumindest ein brauchbarer Jäger bist. Ich will dir meine Fürsprache geben. Von mir aus bist du dabei. Hier deine Trophäen. Meine? Das ist deine Beute. Du sollst derjenige sein, der die Trophäen verkauft. Yes. Mir ging es nur darum, wie du dich bei der Jagd machst. Geh zu Wolf im Lager. Sag ihm, dass du von mir kommst. Er wird dir alle Fälle und heute für einen guten Preis abnehmen. Wie sieht es jetzt mit deiner Fürsprache aus? Du hast deine Kenntnisse in der Jagd unter Beweis gestellt. Meine Stimme hast du. Cool. Ja, nice. Also ich darf sogar alles behalten. Und es selbst verkaufen. Super. Optimal. Jetzt gehen wir ins alte Lager. Quatschen mit Bray. Wir haben die Prüfung des Vertrauens. Auch bestanden. Dann gehen wir zur Ole. Erklären die Sache mit dem Reis. Und dann gehe ich zum Dieb. Lerne die Diebestalente. Und ja. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut dabei eigentlich. Ich habe auch momentan so ein Bauchgefühl, dass wir auch ganz gut in der Zeit liegen. Also diese besagten zwei Stunden könnten wir vielleicht schon schaffen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe mir drei Stunden geblockt jetzt für die Aufnahme, aber sieht wohl so aus, als ob wir es doch in der vorgegebenen Zeit von bis zu zwei Stunden schaffen könnten. Mal sehen. Bevor ich jetzt aber zu Bray gehe, gehe ich aber erstmal die Sachen mit dem Reislord klären und dem Fleisch. Dann gehe ich zu Wolf, gebe die Fälle ab, kaufe mir das Schwert. Ja, das wird cool. Jo, Ole. Ich war bei Sieglern. Und ich habe dein Fleisch. Hier ist dein Fleisch. Danke, Jungchen. Und hier ist der Reis. Ich will mal nicht so sein. Ein paar Brocken Erz kann ich dir für deine Hilfe auch entbehren. Cool. Wie sieht es jetzt mit deiner Fürsprache aus? Jetzt, wo du mir zur Hand gegangen bist, kann ich guten Gewissens für deine Aufnahme sprechen. Cool. Wie viel Erz haben wir denn jetzt bekommen von dem? Wir brauchen 100 mindestens. Ja, okay. Kann ich mal schnell auch beim Schmied irgendwie... Äh, siehst du, beim Schmied muss ich dem... Dem muss ich ja auch noch sein Eisen... Äh, sein Erz geben. Äh, seine Rohlinge, meine ich. Ich will etwas über die Diebesfertigkeiten lernen. Schleichen und Schlösser öffnen brauchen wir. Was willst du wissen? Vielleicht erst mal schleichen, ne? Ach, egal, kann ich beides machen. Bring mir bei, wie man schleicht. Wer den Weg des Gerechten gehen will, muss ihn manchmal lautlos gehen. Ich feiere den Typen. Achte darauf, dass dein Körper unter voller Kontrolle... Deinen Körper unter voller Kontrolle zu haben. Geh leicht in die Hocke und bewege dich langsam. Richte deine Konzentration auf deine Körperbeherrschung und auf das Aufspüren von möglichen Lärmquellen. Lose Dielen, dünne Äste, sogar eine Wasserpfütze. All das kann dich binnen von Sekunden verraten. Bring mir bei, wie man Schlösser knackt. Nur Gewiefte sind in der Lage, Tür und Tor zu öffnen, um dem Gleichgewicht Einlass zu gewähren. Natürlich brauchst du einen Dietrich, um dein Schloss zu öffnen. Sobald du ihn in das Schloss gesteckt hast, kannst du es sachte bewegen, nach links und nach rechts. So musst du herausfinden, in welcher Riftung die Bolzen aufspringen, um die Mechanismus zu verschließen. Je höher das Schloss, je hochwertiger das Schloss, desto mehr Bolzen hattest. Aber Vorsicht! Wenn du deine falsche Bewegung machst, musst du wieder von vorne anfangen. Achte vor allem darauf, dass dein Dietrich nicht abbricht. Die Dinger sind nicht ganz billig. Außerdem kann dich das Geräusch verraten und deine Feinde das Gleichgewicht auch aus dem Schlaf des Ungerechten reißen. Ob dein Dietrich bei einer falschen Bewegung abbricht oder nicht, ist Glückssache. Aber je geschickter du bist, desto unwahrscheinlicher wird es. Nun geh und nutze dein Wissen für das Gute. Ich mag seine Ansichten. Wie sieht es mit deiner Fürsprache aus? Du hast deine ersten Schritte auf dem Weg zum Streiter der Gerechtigkeit getan. Ich werde für dich stimmen. Sehr cool. Habe ich überhaupt Dietrich? Ich habe keine Dietrich. Ohne Dietrich brauche ich es gar nicht erst versuchen. Von daher nicht schlimmer. Wir gehen erstmal kurz zum Schmied. Dann kaufe ich mir ein Schwert. Für 100 Erz. Ich glaube, ich habe jetzt schon relativ viele Fürsprecher, glaube ich. Yo, Steve. Zeig mal, was du da hast. Ich bin mir sicher, du findest was. Ja, das hier. Gut. Ne, das Fleischwanzenfleisch behalte ich mal noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass das noch questrelevant werden wird. Brauche 29. Ja, ist recht. Wie war das in 10er? Jetzt habe ich alles rausgegeben. Naja, ist nicht schlimm. Jetzt habe ich noch 3 Erz über. So, wir haben jetzt auch ein neues Schwert. Cool. Sehr gut. Die Jagdtrophäen bringen wir jetzt zum Wolf. Der würde mir ja sowieso aussieht für einen guten Preis abkaufen. Sehr gut. Wölfchen, wo bist du? Zeig dich. Ja, und das mit den Büchern. Jetzt habe ich wieder nicht mehr genug Erz. Aber vielleicht habe ich gleich genug Erz. Wenn ich dem Wolf die Jagdtrophäen bringe. Sieglan schickt mich. Der sagte, du würdest mir Felle und Holte abkaufen. Ah, ein neuer Jäger. Sehr gut. Die letzte Lieferung ist schon einige Zeit her. Wenn du was hast, mache ich dir einen guten Preis. Ich habe Sachen für dich. Dann zeig mal her. Ach so, der nimmt nur Felle oder was? Okay. Na gut, aber jetzt habe ich genug Erz, um dieses Buch über deinen Einhandkampf zu kaufen. Zeig mir deine Bücher. Wissen ist nicht nur eine Frage der Erfahrung. Wie war denn das? Man konnte auch in mehreren Schritten... Ah, hier jetzt... Ah, 50er Schritt ist denn das? Okay. Na gut, okay. Dann müssen wir jetzt noch ein bisschen hier auffüllen, aber... Zack. Jetzt haben wir schon mal ein wichtiges Buch. Über den Einhandkampf. Backscreen. Ich habe ein Blackscreen. Nein! Ähm, okay. Gut, wie es aussieht, muss ich erst mal kurz fixen, was das... Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Okay. Äh, bis gleich. Okay. So. Äh, dann probiere ich das Ganze jetzt noch mal. Ich habe jetzt noch mal gespeichert. Zeig mir deine Bücher. Wissen ist nicht nur eine Frage der Erfahrung. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen buggy, weil ich wahrscheinlich auch noch nebenher, ähm, die Fackel halt an hatte. Und wahrscheinlich ging es deshalb nicht. Das kann ich mir vorstellen. Ähm. So, jetzt haben wir das Buch. Jetzt speichere ich noch mal. Jetzt lesen wir das Ganze mal. So, seit jeher ist der Kampf mit der Einhandwaffe ein unerlässlicher Bestandteil im Arsenal. Dann ist jeden, der etwas auch auf seine Kampffertigkeiten hält, um seine Fähigkeiten mit der Erfahrung erweisen... Ah, okay. Das ist halt die Standard... Standard-Manage, aber wirklich was gelernt davon? Habe ich da jetzt was, oder? Ne, irgendwie nicht. Na ja, okay. Das ist halt so. Wir gehen erstmal zum Reislord. Äh, also zum Reis. Und geben ihm mal sein Reis ab. Und, äh, schauen mal. Äh, dass der uns dann auch seine Stimme gibt. Als Fürsprecher. Ah, müsste ich gleich Dietriche kaufen sollen, ne? Kann ich eigentlich jetzt schleichen? Wie schleiche ich denn? Hm. Muss ich gleich nochmal probieren. Ähm. Yo, man. Rice, man. Ich habe dein Reis. Oder auch Zeit, Mann. Vergiss nicht, dass du mir deine Fürsprache gibst. Ja, vergess dich nicht. Ich werde, äh, Bray sagen, äh, dass er dich aufnehmen soll. Und jetzt verschwinde wieder, ey. Ich kümmere mich um den Reis hier. Gut, gut, gut. Ähm. Ja, ich muss jetzt noch Dietriche kaufen gehen. Das ist jetzt natürlich die Frage, kann ich mir die jetzt leisten? Also, ein Dietrich kostet irgendwie 10 Erz oder so. Ich denke mir erst mal kurz schlafen. So, da ist es wieder ein bisschen heller. Und dann müssen wir versuchen, irgendwie an das Bier zu kommen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein paar Sachen verticke, kann ich mir das auch wahrscheinlich einfach kaufen. Aber es geht ja darum, dass wir es mit den Diebesfertigkeiten machen. Ich habe die jetzt nicht umsonst gelernt, ne? Malik. Malik. Zeig mir deinen Kram. Erkunde ist bei mir König. Ja, wobei, ich habe ja ein bisschen was noch an Erz. Und wir können dir mal ein bisschen Jagdtrophäen noch verkaufen. Kann ich mir jetzt sogar alle Jagdtrophäen eigentlich mal verkaufen. Und das Buch verkaufe ich dem jetzt auch. Ich weiß jetzt nicht, wozu ich das jetzt noch brauchen sollte. Wir haben es uns ja angeeignet, aber naja. Wobei, ne, ich verkaufe das mal nicht. Vielleicht brauchen wir das noch. Oder vielleicht können wir das noch gebrauchen. So, ich kaufe dafür jetzt mal ein paar Dietriche und... Oh, das sind jetzt 100. So viel wollte ich jetzt nicht. Aber ein bisschen Erz geht schon noch. Weil weiß, wofür ich das mal noch gebrauchen kann. So. Okay. So, dann haben wir das jetzt und das. Und jetzt müssen wir mal probieren, bis Mitternacht zu schlafen. Und dann versuche ich mal mit dem... Wobei, was ich nochmal machen kann, bevor wir da jetzt lang gehen. Ich gehe mal da oben lang. Da oben war ich noch nicht... Dort, wo ein Gothic 1 Herrick ist und so weiter. Vielleicht gibt es dort noch namenhafte Butler oder Schatten. Mit denen man irgendwie quatschen kann. So, wie es aussieht nicht. Und Kyle hat seine Hütte hier aber schon gebaut, so wie es aussieht. Wobei der offensichtlich noch nicht hier ist. Okay, ich glaube, das ist ein kleiner Fehler noch. Ich glaube, die Hütte sollte entfernt werden. Weil Kyle ist ja anscheinend noch nicht da. Noch nicht in der Kolonie. Ihr kennt ja alle die Story mit Kyle und seiner Hütte. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, da hatte ich eine zweite Tür. Dieser Schweine. So, wie gesagt, bevor ich mit dem Bray rede. Die Sachen mit dem Bier erledigen wir jetzt noch. Und die Sachen mit dem Stahlpaket. Das will ich auch noch erledigen. Aber da müssen wir halt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das hier scheint das Lagerhaus zu sein. Und warte mal, wie schleiche ich denn jetzt nochmal? Warte mal kurz. Tastatur. Schleichen. Ah. Okay. Na gut, es reicht mir. Gut. Na dann. Nein, ach, Idiot. Ich wollte bis Mitternacht schlafen. Ich wollte bis Mitternacht schlafen. So, jetzt müssen wir was machen. Rano. Wir können loslegen. Ach, der hat mir die Triche gegeben. Okay, exzellent, mein Freund. Unsere Mission im Namen des Gleichgewichts beginnt. Ich muss auf den richtigen Moment warten, um Ole das Mittel zu verabreichen. Vorher wird es nicht möglich sein, sich ins Lager zu schleichen. Die Wirkung ist natürlich nicht unbegrenzt. Ab morgen Abend sollte Ole etwas tiefer schlafen als sonst. Ah, shit, warte mal. Du darfst das Zeitfenster nicht verpassen. Sobald er morgens wieder aufwacht, ist es bereits zu spät. Dem Mittel wird keine zweite Nacht Wirkung zeigen. Ach ja, hier sind ein paar Dietriche. Wenn du mehr brauchen solltest, geht es um Malika-Marktplatz. Mist, das habe ich doch schon. Äh, okay. Warte dann. Quatsche ich jetzt nochmal kurz mit dem. So, das überspringe ich jetzt nochmal alles. Und jetzt lege ich mich schlafen. Weil jetzt gilt das für die jetzt kommende Nacht. So, okay. Es ist halt auch interessant, dass der im Lager schläft, ey. Hä? Wieso bist du wach? Du sollst gar nicht wach sein. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, umklopfen kann ich denn nicht. Das ist ja strange. Warum kann ich das denn jetzt nicht? Warum funktioniert das denn nicht? Ich habe mit Rano ein Plan ausgearbeitet. Er wird Ole etwas ins Essen geben, damit er tief und fest schläft. Dann sollte es mir möglich sein, mich ins Lager zu schleichen und die Kiste zu leeren. Ich darf allerdings nicht zu lange warten. Eine weitere Nacht wird das Mittel von Rano nicht wirken. Na ja, und jetzt? Der ist instant wach? Also irgendwie funktioniert das hier nicht. Links, rechts, links, links, rechts, links. Okay, keine Ahnung. Hat anscheinend jetzt doch geklappt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es nur ein kleiner Bug. Wahrscheinlich. Ich war am Lager schuppen. Sehr schön. Das war keine einfache Mission. Du hast wahrlich bewiesen, dass du auf der Seite der Gerechtigkeit stehst. Das wird ein Schwätzer, ey. Bis bald, mein Freund. Ich habe das Gefühl, dass das nicht unsere letzte Begegnung gewesen sein wird. Jo. Dann pennen wir jetzt und gehen zur Mine am nächsten Tag jetzt mal. Wie viele Erfahrungspunkte habe ich denn? Ah, ich brauche noch knapp 1000, um eine Stufe zu steigen. Na schön. Aber wir haben das Bier und alles, was wir brauchen. Wir gehen jetzt zur Mine. Geben dem Grimes dort das Bier ab. Holen, ähm, den, die Rohstahl-Lieferung. Ich weiß zwar noch nicht so genau, wen ich da ansprechen soll. Steht das im Lock? Der Austauschsteller. Okay. Vielleicht eine der Gardisten dort. Oder in der Kiste oder so. Keine Ahnung. Ich habe ja noch ein paar Dietricher am Start. Mit denen ich das machen kann. Und, äh, ja, wenn wir die Rohstahl-Lieferung haben, bringe ich die zum, äh, zum Steve. Und wenn wir das erledigt haben, dann haben wir ja auch seine Zustimmung. Und dann würde ich mal zu diesem Bray gehen und, äh, einfach mal nachfragen, wie es aussieht mit meiner Aufnahme zu den Schatten. Ich habe jetzt mal die Vermutung, dass die Mod dann an der Stelle vorbei sein wird. Weil ich glaube, das ist so, für eine Demo, äh, oh, ne, nicht, gleich, gleich Rage quitten. Äh, okay. Was ich gerade sagen wollte, ähm, das ist für eine Demo wahrscheinlich dann einfach ein bisschen zu viel dann. Ich meine, wir haben ja auch diesen besagten Zeitkontingent von anderthalb bis zwei Stunden erreicht. Jetzt, wir haben jetzt schon fast zwei Stunden. Und wie gesagt, ich glaube, mit der Aufnahme zu den Schatten ist die Mod dann auch vorbei. Oder die Demo dann halt vorbei. Ähm, was ich dann aber nochmal machen würde, ist, ich würde die Kamera dann nochmal ein koppeln, ein bisschen durch die Welt fliegen und mir mal angucken, ähm, was denn noch von der Welt existiert. Also von der, von der Gothic 1 Welt. Mal das Sumpflager angucken, falls es denn da ist. Das neue Lager, äh, Xardasturm und so. Also, wenn da überall Viecher sind, rein theoretisch könnte man ja dann nochmal durch die Welt streifen und dann nochmal gegen Viecher kämpfen und so weiter. Aber ich glaube, so stark kann man gar nicht werden. Äh, also so viele Stufen kann man gar nicht steigen, um das dann auch wirklich noch zu schaffen. Nehme ich jetzt einfach mal an, dass dann aber kein Content mehr da sein wird. Und auch keine Viecher mehr und so weiter. Aber das können wir uns ja dann nochmal quasi als Zugabe so ein bisschen angucken. Wir gehen erstmal zur Austauschstelle. Und gucken mal nach diesem Rohstahlpaket. Vielleicht gibt's da dort einer Daggeristen, der irgendwie namenhaft ist. Den ich darauf anquatschen kann. Kann mich jetzt aber vom Anfang an keinen erinnern, ehrlich gesagt. Das sind alles nur Gardisten. Ah, Jorgen. Der sieht sogar ein bisschen aus wie Jorgensson. Grüße gehen raus. Steve wartet im Lager auf eine Lieferung Rohstahl. Und weiter. Weißt du etwas darüber? Mal sehen. Der Stahl sollte längst im Lager sein. Yannick hat ihn schon vor einer Weile abgeholt. Ah, dieser Schatten da. Okay. Äh, nichtsnutzige Schatten. Geh und such Yannick. Äh, wie ich ihn kenne, drückt er sich irgendwo vor der Arbeit. Hm, okay, verstehe. Ja, den kennen wir ja. Das ist ja dieser unfreundliche Schatten, der da im Jagdgebiet von Redford und Drax steht. Aber auch sehr cool, dass es Jorgen hier ins Spiel geschafft hat, der auch ein bisschen aussieht wie Jorgensson. Ich glaub, der hat denselben Kopf. Äh, Grüße gehen raus. An dieser Stelle. Ja. Dann bringen wir jetzt mal das Bier an Grimes. Damit, äh, haben wir auch seine Unterstützung. Und dann, äh, gehen wir mal zu diesem... Ja, ne, könnte sein, dass es da nochmal einen Kampf geben könnte. Aber immerhin hab ich jetzt eine bessere Waffe und ein bisschen Stärke. Das ist schon okay. Ja, das ist schon okay. So, lieber Grimes. Ey! Ich habe Bier für dich. Äh, danke, Jungchen. Äh, danke, dass du das Bier gebracht hast. Hm, geil. Das heißt, ich kann jetzt mit deiner Fürsprache rechnen? Äh, ja, Junge, das Bier macht mich sehr geil. Und, äh, meine Stimme hast du auf jeden Fall. Und das der Jungs. Auch wenn das nicht viel wert ist. Muss weiter. Ja, keine Ahnung, was der da jetzt wirklich gesagt hat. Aber, äh, ich hab die Fürsprache und das, äh, passt schon. Warte mal, kann ich nochmal kurz mit dir quatschen? Ich komme zum Arbeiten. Gut, ein neuer Arbeiter kann ich immer gebrauchen. Pass auf, ich erkläre dir, wie es läuft. Alles, was du in der Mine schürfst, bringst du zu mir. Wenn du versuchst, was rauszuschmuggeln, wird Askan sich um dich kümmern. Okay. Hier hast du eine Spitzhacke. Bring mir für den Anfang mal 15 Erzklumpen. Erzklumpen, okay. Äh, ich führe genaue Liste, wer wie viel Erz geschürft hat. Danach richtet sich auch deine, äh, deine Bezahlung. Das war alles Wichtige. An die Arbeit. Okay, krass. Es gibt doch die Aufgabe quasi, jetzt hier Erz zu schürfen. Interessant. Aber Erzklumpen und Erzbrocken sind anscheinend nicht dasselbe. Fünf. Ah, nichts mehr zu holen, okay. Jetzt schauen wir mal. Erzklumpen und Erzbrocken scheinen echt nicht das... Ja, tatsächlich. Gibt Erzklumpen und Erzbrocken, okay. Na dann. Schürfen wir mal noch ein bisschen. Zehn brauchen wir noch. Aber finde ich auch ganz cool, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir schon mal neun, zehn, elf. Das hat mir ehrlich gesagt in Gothic 1 ja so ein bisschen gefehlt. Da konnte man gar kein Erz schürfen. In Gothic 2 ja wenigstens Gold, aber naja. Okay, da ist allgemein gar nichts zu holen, okay. Ähm, jetzt müsste man eigentlich genug haben. Gut. Ah, ein bisschen Erz geschürft. So, okay. Ian, ich habe Erz für dich. Ich will mein geschürftes Erz abgeben. Du hast 15 Erz beisammen, sehr gut. Wenn du noch mehr hast, immer her damit. Ja, ich habe eigentlich 17 oder so oder 18. Hier, dein Lohn. Drei Erz anhalten, wow. Ich will mein geschürftes Erz abgeben. Schlechter Kurs übrigens, möchte ich mal sagen. Immer her damit, wie viel hast du? Hier, dein Lohn. So, ich suche nach Leuten, die für meine Aufnahme stimmen. Okay. Ah, du willst Schatten werden. Deswegen hat Young mich auch in die Mine geschickt, als ich ihn nach etwas zu tun gefragt habe. Was denn? Young hat dich hergeschickt? Tja, ich bezweifle, dass du dir damit seine Fürsprache verdient hast. Weißt du, in erster Linie ist Young ein Arschloch. Er nimmt sich für, äh, viel zu wichtig, um sich mit Anwärten abzugeben. Mhm. Dann war die ganze Arbeit für nichts. Nein, natürlich nicht. Ich werde für dich stimmen. Ehre. Ehre an ihren. Jeder, der sich, äh, nicht für zu fein verehrliche Schürfarbeit ist, hat in meinen Augen eine Chance verdient. Ja, gute Einstellung. Cool. Gut, dass wir nochmal mit ihm gesprochen haben. Ich wäre jetzt sonst eiskalt zu Young zurückgegangen und hätte dann die böse Überraschung erlebt. Äh, ich geb dir meine Stimme nicht, du, du Arsch. Irgendwie so. Wer weiß. So, okay, ja, dann, äh, gehen wir jetzt zu diesem Yannick oder Yannick. Ich hab den Namen schon wieder gar nicht versungen, aber auf dem Schirm. Äh, zocken uns das, äh, Stahlpaket. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hab irgendwie das Gefühl, dass der uns das nicht freiwillig geben wird. Ich glaube irgendwie, der wird das wahrscheinlich, ähm, der wird das wahrscheinlich behalten. Und wir müssen das irgendwie aus dem Raustreschen. Ah, ist nur so ein Bauchgefühl, nur so ein Bauchgefühl. Vielleicht hab ich aber auch einfach grad heftig Hunger und mein Bauchgefühl sagt mir, gib mir was zu essen. Und das täuscht mich jetzt ein bisschen. Das kann natürlich auch sein. Wer weiß. Ich muss, ich werd ja heute noch streamen, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Ähm, aber ich freu mich schon so hart da drauf. Wir haben wieder geilen Mordhau gezockt. Und wir wollen heute Abend zum ersten Mal im Livestream mal so ein Gartic Phone, äh, so eine Gartic Phone-Runde mit der Community ausprobieren. Weiß nicht, der eine oder andere von euch kennt vielleicht. Gartic Phone ist quasi so ein Malspiel wie stille Post. Äh, aber mit Schwerpunktthema auf Gothic. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und ob es überhaupt funktioniert, mal gucken. So, Yannick. Hier, gib mir mal das Stahlpaket. Weißt du etwas über eine Lieferung Rohstahl? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Jorgenson meinte, ein Schatten hätte sie bereits abgeholt. Ich könnte schwören, dass er dich damit gemeint hat. Jorgenson hat dich geschickt? Jorgenson hat dich geschickt? Ja, er ist sogar schon auf dem Weg hierher. Könnte sein, dass ein ernsthaftes Problem, dass du ein ernsthaftes Problem hast, wenn die Lieferung nicht bald bei Steve ist. Scheiße. Nichts wie weg. Warte mal, habe ich jetzt die... Fuck, ich habe die Lieferung nicht bekommen von ihm. Bleib stehen, du Lump. Nein, wo rennt der jetzt hin, Alter? Oh, ich darf den nicht aus den Augen verlieren. Oh mein Gott, der rennt jetzt voll in den Schattenläufer rein. Oh oh. Stahl für Steve, Notiz. Diesen Schattenläufer, den hätte ich nie und nimmer geschafft. Na gut, was steht hier in dieser Notiz drin? Janek, es gibt einen neuen Abnahmeort für den Rohstall. Du kennst doch die kleine Höhle im Wald zwischen den Zäunen durch... Du geradeaus, da bringst du den Rohstall hin. Aber geh sicher, dass du nicht gesehen wirst. Am besten wartest du, bis es Nacht ist. Versau das nicht. Wir haben fast alles, was wir brauchen. L. Also es geht wohl um diese Höhle hier. Was ist denn da jetzt für ein Tagebucheintrag entstanden? Janek ist tot, ein Schattenläufer hat ihn erwischt. Ich sollte warten, bis sich das Vieh wieder verzogen hat und dann Janeks Leiche untersuchen. Okay, das habe ich gemacht. Hm. Nachts L. Also L... L könnte Laris sein. Ähm... Der wahrscheinlich gerade plant, sich vom alten Lager abzusetzen und sein eigenes Lager zu gründen. Das neue Lager. Wobei ich aber nicht glaube, dass Laris das neue Lager gegründet hat. Das würde wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Aber der will sich wahrscheinlich absetzen, trotzdem. Naja, aber wir haben den Rohstall erstmal. Und bringen den erstmal zum Schmied. Der uns dann ein Schwert bauen kann. Da haben wir die Quest auch erledigt. Aber sehr interessant, was es mit dieser Notiz auf sich hat. Vielleicht sollte ich Laris... Vielleicht kann ich Laris darauf ansprechen. Vielleicht kann ich aber auch Bray darauf ansprechen. Vielleicht kann ich aber auch einfach mal nachts da hingehen und mal checken, was da los ist. Das wäre doch mal interessant. Egal, ich gebe erstmal den Rohstall weg. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü. Vielleicht nimmt das Ganze jetzt hier mega heftig Fahrt auf oder sowas. Keine Ahnung. So eine richtig krasse Storyline, die sich jetzt hier noch entwickelt. Mit allen drum und dran. Das wäre schon witzig. So. Aber interessant, dass das irgendwie kein Gegenstand ist, der irgendwie lautet Rohstalllieferung. Sondern es sind halt einfach zehn Rohstallose. Naja. Okay, ist ja nicht schlimm. Hauptsache es funktioniert alles. Das ist das Wichtigste. Ich habe deine Lieferung. Ja, zeig her. Sehr gut. Ich danke dir, Kleiner. Gab es Probleme? Nichts, womit ich nicht fertig geworden bin. Das wollte ich hören. Wie sieht es mit deiner Fürsprache aus? Mal sehen. Du hast mir meinen Rohstall beschafft. Ich denke, das reicht für ein gutes Wort bei Bray. Wie sieht es jetzt mit meinem Schwert aus? Jetzt, wo ich wieder Rohstall habe, kann ich dir ein Schwert schmieden. Ich kann dir zwei unterschiedliche Schwertharten anbieten. Mit einem Kurzschwert richtest du mehr Schaden an. Es ist auch leichter zu führen. Aber wie der Name vermuten ist, gibt es Abstriche in der Reichweite. Ein Langschwert ist schwerer zu führen. Aber der Schaden ist etwas geringer. Und der Schaden ist etwas geringer. Dafür ist mehr Reichweite. Den Gegner besser auf Distanz zu halten. Was für eine Waffe soll ich dir schmieden? Ja, gib mir das Langschwert. Ich nehme das Langschwert. Alles klar, komm morgen wieder. Bis dahin soll das fertig sein. Aber der wird mir das doch nicht einfach so kostenlos jetzt machen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber gut. So, wir schlafen jetzt einfach mal bis zum nächsten Morgen, weil es geht. Geht einfach. Wir haben jetzt auch noch zehn Lernpunkte. Das heißt, ich könnte das jetzt nochmal auf Stärke skillen. Dann könnte ich eventuell eine schwere Klinge sogar tragen. Mal gucken. Wie sieht es mit meinem Schwert aus? Es ist fertig. Ein schönes Stück. Hier hast du es. Bin ich ja mal gespannt. Alex Langschwert. Oha, cool. Das ist in der Tat sehr nice. Sieben Schaden mehr. Brauche auch nur 20 Stärke. Das ist wirklich sehr geil. Nice. Jetzt gehe ich aber nochmal zu diesem Rui. Oder Rio, wie der heißt. Vielleicht kann er mir ein bisschen Einhandtraining beibringen. Also, vielleicht ein bisschen... Vielleicht kann ich mir ein bisschen Einhand trainieren. Dann bin ich vielleicht Kämpfer. Das wäre schon ganz geil. Und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Fürs Erste. Ich glaube, mehr ist sowieso nicht drin. Ja, das Schwert sieht auch ganz cool aus. Bin ich froh, dass ich das noch geholt habe. Hallo, Rio. Ich habe das Buch gelesen. Dann kennst du jetzt die Theorie. Ohne die Praxis wird das aber sicher nicht viel bringen. Sag Bescheid, wenn du bereit für eine echte Trainingseinheit bist. Und vergiss nicht, eine Waffe mitzubringen. Ja, die habe ich dabei. Es kann losgehen. Folge mir. Oh, jetzt gehen wir irgendwo... Ach, in die Arena wahrscheinlich zum Trainieren. Sehr cool. Weißt du, Rio ist jetzt einfach so ein krasser Schwertmeister. Der mich jetzt einfach umboxt und mir mein Langschwert abnimmt. Sag, ach du Penner. Irgendwie so. Das würde ich schon irgendwie feiern, muss ich sagen. Auch wenn ich mich ärgern würde. Aber lustig wäre es trotzdem, weil immer... Wahrscheinlich, wenn dieser Steve mir ein Kurzschwert gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich 30 oder 35 Schaden gemacht. Aber mir ist ein Langschwert immer noch lieber. So, ich speichere nochmal. So, Zeit dein Wissen auch anzuwenden. Du wirst gegen mich antreten. Versuche möglichst viel aus deinem Buch umzusetzen. Ach, guck mal. Ich bin schon Kämpfer. Los geht's. Oh, Mann. Nein. Okay, der nimmt mich zum Glück nicht aus. Na komm, probieren wir nochmal. Das war jetzt ein bisschen Pech gewesen. Langschwert regelt, Bruder. Langschwert regelt. Nee, ich will mal kein Assi sein. Komm, ich lass ihn mal sein... Ich lass ihn mal... War das jetzt das oder...? Nee, er hat das einfache Schwert gehabt. Da komm, ich gebe ihm das Kurzschwert. Das ist jetzt meine Trophäe, dafür ich den Kampf gewonnen habe. Aber sind wir jetzt dauerhaft Kämpfer? Ah ja, kann sein. Gut. Lässt es doch liegen. Ein guter Kampf. Du hast mich fair geschlagen und dein neues Wissen gut eingesetzt. Naja. Meine alten Knochen brauchen erstmal eine Pause. Let's bug... Achso, das... Ja, okay. Naja, egal. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Tja, jetzt gehen wir mal zu diesem... Wir gehen jetzt erstmal zu Laris. Ja, weil ich... Diese Notiz, es wurde halt mit L unterzeichnet. Momentan habe ich jetzt hier niemanden anderen getroffen, der irgendwie L im Namen hat. Also mit L beginnt. Ey, halt dich vom Lager fern. Ja, okay, okay. Geht er jetzt trotzdem durch, Junge. So. Ah, ich kann jetzt nochmal mit diesem Jongen wahrscheinlich kurz quatschen. Ich habe ja gesagt, dass ich gearbeitet habe. Was willst du? Wie sieht es mir jetzt mit deiner Fürsprache aus? Mit meiner Fürsprache? Du machst wohl Witze. Ich habe in der Mine gearbeitet. Natürlich hast du das. Jeder Arsch arbeitet hier in der Mine. Mach, dass du wegkommst und geh mal nicht auf die Nerven. Ich glaube, den kann ich nicht so einfach umschlagen. Der ist wahrscheinlich ein bisschen besser als ich im Kampf. Und er hat auch eine Rüstung. So. Vielleicht kann ich Laris auf diesen Zettel ansprechen. Ne, tatsächlich nicht. Gut. Na ja, dann gehen wir... Ah, ich... Boah, ich bin jetzt neugierig. Ich lege mich jetzt erstmal schlafen bis Mitternacht. Und will wissen, was oder wer in der Höhle da auf mich wartet. Das muss ich jetzt rausfinden. Ich muss das jetzt wissen. Ah, das ist Bracehütte. Interessant. So, ich mach mal... Habe ich ne Fackel ja auch schon, ne? So, komm, wir gehen da jetzt mal hin. Wir gehen jetzt mal in diese Höhle dort. In dem Zettel stand was davon. Von wegen bringt die Lieferung bei Nacht. Zu dieser Höhle da. Jetzt will ich wissen, wer dort wartet. Also ich tippe jetzt mal, dass Laris dort jetzt ist. Habe ich gespeichert? Sollte ich nochmal tun. Wie gesagt, ich tippe mal, Laris wartet dort jetzt auf mich. Gucken wir mal. Das ist schon spannend. Jetzt kitzelt es mich schon ein bisschen. Zu wissen, wer da jetzt ist. Oder vielleicht ist es ein ganz neuer Charakter, den ich noch gar nicht getroffen habe. Oder vielleicht treffe ich auch einfach niemanden. Nein. Es gibt einen neuen Abnahmeort für den Rohstahl. Du kennst doch die kleine Höhle im Wald zwischen den Zäunen durch und geradeaus. Da bringst du den Rohstahl hin. Aber geh sicher, dass du nicht gesehen wirst. Am besten wartest du, bis es Nacht ist. Versau das nicht. Wir haben fast alles, was wir brauchen. L. Ja, aber das ist doch diese Höhle hier, oder? Oder vielleicht meinte die Höhle bei den Waranen, wo ich diese Warane getötet habe. Die wäre noch ein bisschen weiter hier in der Felswand. Eine andere Höhle fällt mir zu... Ja, oder die Unterführung. Aber ich glaube, das würde nicht als Höhle bezeichnet werden. Ich glaube, das würde halt wirklich als Unterführung bezeichnet werden und nicht als Höhle. Ne, hier ist auch nichts. Ja, ich muss zugeben, also eine andere Höhle fällt mir da jetzt auf Anhieb überhaupt nicht ein. Also... Okay, ich habe keine Ahnung. Also... Das scheint ja auch nicht der Ort zu sein. Na gut, vielleicht geht es ja darum, jetzt erstmal mit Bray zu quatschen darüber, über diesen Zettel. Und der Bray gibt mir dann wahrscheinlich erst offiziell den Auftrag und sagt sowas wie... Ja, geh bei Nacht dahin und späh das Ding aus und sag mir, was du siehst. Berichte mir, was du siehst. Oder stell die Person, hier hast du eine Butlerhose, damit du ein bisschen mehr aushäst. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass sowas passiert. Schauen wir einfach mal. Ich habe jetzt echt viele Sachen erledigt. Also... Ich habe alle möglichen Quests, die ich jetzt hatte, haben wir schon abgestoßen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwei sind noch offen. Das sind 13 Quests. Es sind aber von 16 Quests die Rede. Also ich kann mir schon noch vorstellen, dass es noch ein bisschen weiter geht tatsächlich, als nur die Aufnahme hinzulegen. Äh, als nur die Aufnahme bei den Schatten da hinzulegen. Vielleicht ist doch ein bisschen mehr Inhalt in dieser Demo, als ich vermutet habe. Ich sage mal so, diese zwei Stunden haben wir jetzt schon lange überschritten. Ähm, von daher, mal gucken. Das Wolfsrudel ist erledigt. Nicht übel, du hast es tatsächlich geschafft. Wenn du genug Fühlsprecher gesammelt hast, kannst du mitmachen. Wie sieht es um meine Aufnahme aus? Malsehen. Steve meinte, du hättest ihm mit der Lieferung Rohstahl geholfen. Er schien sehr zufrieden mit dir zu sein. Grimes sagte, du wärst ein guter Mann. Er ist zwar nur ein Butler, aber er hat ein Auge für sowas. Ich vertraue ihm. Askan hat mir erzählt, du hast für die Butleration verteilt. Und hast dich, äh, und, äh, und sich für dich ausgesprochen. Okay. Ian hat mir mit der Sache mit Jong erzählt. Jong mag ein Arschloch sein, aber du hast gezeigt, dass du, äh, dass du dich fürs Schürfen nicht zu schade bist. Rice meinte, er hätte nichts dagegen, wenn du dabei bist. Siklan war sehr angetan von deinen Jagdfertigkeiten. Er hat sich für dich ausgesprochen. Tarjan sagte, ihm sei egal, ob du dabei bist oder nicht. Ich werte das mal als Ja. Na ja, Ole sagt, von ihm aus kannst du mitmachen. Es ist immer gut, den Koch auf seiner Seite zu haben. Dieses Spindelstaubendeck ist süß. Laris, äh, hat dich schwer gelobt. Die Sache mit den Wölfen scheint ihn beeindruckt zu haben. Drano meinte, du wärst ein fähiger Mann. Es ist wohl besser, äh, wenn du mir nicht erzählst, äh, wie du, wie er, wie du ihn für dich gewonnen hast. Das reicht mir. Du hast genug Fürsprecher gesammelt. Okay. Die Prüfung des Vertrauens hast du auch gemeistert. Wenn du willst, bist du dabei. Ja, gerne. Ich will Schatten werden. Dann sieht es wohl so aus, als hätten wir jetzt einen neuen Mann. Herzlich willkommen. Hol dir bei Wolf deine Rüstung ab. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Tja, gar nicht. Ehrlich gesagt, die Demo endet hier. Okay. Du hast dich gerne, äh, du darfst dich gerne noch ein bisschen umschauen. Young würde dich jetzt in die Burg lassen. Vielleicht triffst du noch ein paar alte Bekannte. Äh, ansonsten wirst du dich gedulden müssen, bis die Mod fertig ist. Cool. Ja, das finde ich cool gemacht, wenn solche, solche, die Credits quasi, äh, in, äh, in den Dialogen mit verbaut sind. Das finde ich schon witzig irgendwie. Aber ja, das machen wir gerne. Also wir holen uns jetzt noch die Rüstung bei Wolf ab und, äh, gehen in die Burg und, ähm, gucken mal, wen wir da noch so treffen können. Ähm, quasi. Vielleicht gibt es da noch ein paar witzige Dialoge. Aber ja, mein Fazit bis hierhin, ähm, grundsolide. Absolut grundsolide, ähm, hat Spaß gemacht. Äh, da ist auf jeden Fall Potenzial drin, äh, um da noch mehr draus zu machen. Ähm, ich weiß jetzt halt nicht die konkreten Pläne. Ähm, wie die Modder sich das jetzt hier vorstellen. Äh, wie das, in welche Richtung das jetzt hier gehen soll, was da jetzt noch alles geplant ist. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, die Demo hat bisher sehr Bock gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich komme, um meine Rüstung abzuholen. Hab schon gehört, dass du jetzt dabei bist. Für 500 Erz kriegst du deine Rüstung. Was? So viel hab ich nicht. Du verarschst mich doch. Aha, konntest mich nicht verkneifen. Hier deine Rüstung, viel Spaß damit. Okay, also ich hab's jetzt echt kurz geglaubt. Ja, ist wahrscheinlich die leichte Schattenruster, ne? Okay, ähm, ja, aber ich muss sagen, also mir hat's, äh, auf jeden Fall Spaß gemacht, die Mod zu spielen. Ähm, ich hoffe natürlich, euch hat's auch Spaß gemacht, äh, zum Zusehen. Lasst gern, äh, ne Bewertung da. Äh, schreibt doch gerne euer Feedback zu dieser Mod, äh, mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von der Mod haltet. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die Modder, oder der Modder, ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt hier am Start sind, ähm, die die Mod gemacht haben. Wahrscheinlich mehrere. Ich hoffe, dass die das lesen. Und, äh, ich hoffe, dass alles konstruktiv bleibt. Ähm, und, ja, also ich bin da echt gespannt auf weiteres. Äh, wir gehen jetzt mal noch in die Burg. Okay. Gibt's keinen Dialog mehr. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch jemanden finden, mit dem wir irgendwie quatschen können. Das sind jetzt echt Feuer- und Wassermagier, interessant. Ui. Können wir alles mitnehmen. Naja, gut, aber brauchen wir jetzt nicht mehr. Demos ist jetzt hier am Start tatsächlich. Koni-Check. Und hier haben wir Raven und Gomez. Aber mit denen gibt's keine Dialoge. Wir haben auch einen schönen Pool im oberen Erdgeschoss, wie's aussieht. Hehe. Ah, ich guck mich hier gerne noch ein bisschen um. Aber ich denke mal, es wird jetzt hier nicht großartig irgendwas gemacht worden sein. Weil es ist... Die Demo ist ja nur bis hierhin spielbar. Also, warum sollte man jetzt hier noch mehr gemacht haben? Aber was interessant ist... Ähm... Was ich schon gerade gesehen habe, da vorne müsste Torus stehen. Jo. Ah, reden kann man jetzt nicht mehr mit denen, aber ist nicht schlimm. Und hier haben wir Wassermagier und Feuermagier. Kronos, Tores. Myxir. Merdarion. Choristo, Saturas, Damarok, Drago, Rodriguez. Sehr cool. Sehr cool gemacht hier. Haben wir hier noch mehr? Es fehlen, glaube ich, noch ein paar. Was ist mit Riordian? Den hab ich jetzt noch nicht gesehen. Und Nefarius ist, glaube ich, auch noch abhandengekommen. Ah ja, hier ist Riordian. Immerhin. Naja, gut. Okay, und Nefarius ist vielleicht gerade nicht da. So, wen haben wir denn hier jetzt noch sitzen? Ah, Lee. Lee, Oakil haben wir hier noch. Cool. Torloff, Homer. Also, die neue Lagerfraktion haben wir jetzt hier noch am Start. Sehr cool. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Stone ist leider nicht hier der Arsch. Aber, warte mal, wir können vielleicht nochmal, ähm, hier ins Gebäude rein. Wie das hier? Vielleicht treffen wir noch Bullet oder so. Nee, wer bist du denn? Ach, Arthur. Ah. Interessant. Vor seiner Beförderung. Ah, und da drüben haben wir das K. Okay, hier können wir auch noch rein. Aber gut, da kommen wir ja wieder in der Schmiede raus. Ja, na gut. Okay, aber ich denke, das war es jetzt hier erstmal soweit. Ähm, also wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe da auch Bock. Also, falls, äh, Modder, ne? Falls du gerade zuguckst oder falls ihr den Modder kennt oder die Modder kennt. Ähm, also ich persönlich, mir hat es echt Spaß gemacht. Und ich hätte auch Bock, falls eine Sprachausgabe geplant sein sollte. Dann hätte ich auch echt Bock, da mitzuwirken und mitzuhelfen. Wie ich es ja auch schon bei anderen Mods gemacht habe. Ähm, unter anderem aktuell arbeite ich ja gerade mit, äh, an Odyssey, an der, an der Vertonung. Äh, oder an Vergesst es nicht vergangen habe ich mitgemacht. Oder, naja, ihr wirst das ja hier wählen und, äh, was weiß ich nicht noch alles. Also, Modder, äh, falls du zuschaust und falls du Sprecher akquirieren möchtest, äh, frag mich gerne. Ich habe Bock, äh, euch hier dabei zu unterstützen. Wenn ich schon nicht programmieren kann oder so. Oder modden kann, dann, äh, vielleicht auf diese Art und Weise. Ja, ich würde sagen, ich danke für... Achso, nee, stopp, was ich noch machen wollte. Das habe ich ja noch vorhin gesagt. Äh, ähm. Äh, ich bin so doof, um Marvin gerade zu schreiben. So, was ich noch machen wollte. Ich will nochmal in die Kolonie ein bisschen rumfliegen und nochmal ein bisschen schauen, äh, ob es möglich ist, an andere Orte zu gelangen. Wie eben zum Beispiel das Sumpflager, etc. pp. Die Brücke ist auf jeden Fall da. Also, man kommt hier schon mal auf die andere Seite rüber, theoretisch. Aber es gibt keine Viecher hier, ne? Also, es ist... Ja. Es ist halt hier... Das ist halt alles Gothic 1 Material. Das Sumpflager ist auch da, wie es aussieht. Aber... Ja, da wird halt niemand sein, glaube ich mal. Nehme ich jetzt einfach mal an, dass da niemand sein wird. Äh, dementsprechend... Wäre das auch verschwendete Liebesmühe, jetzt hier nochmal herzugehen, wahrscheinlich. Ja, ist alles leer, alles tot. Es wird genauso sein mit dem neuen Lager und so weiter. Es wird zwar da sein, aber es sind halt niemand da. Kein Loot, kein gar nichts. Ja. Hier ist alles tot nach der Wende. Ja, naja. Aber, äh... Wie gesagt, also ich hatte meinen Spaß hier auf jeden Fall an der Mod. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zusehen. Wenn ihr die Mod selber spielen wollt, äh, ladet die euch gerne aufs Bein runter. Dort hab ich sie zum Beispiel her. Aber es gibt da auch im, äh, World of Gothic Forum gibt's auch einen Download-Link, den ich, denke ich mal, auch in die Videobeschreibung setzen werde. Spielt die Mod selber gerne einmal, äh, alles kostenlos. Und, äh, gebt auch gerne den Entwickler ein Feedback, äh, vielleicht hier in den Kommentaren oder eben dann im Forum. Ja. Da würde ich mal sagen, mit Blick aufs alte Lager, danke euch fürs Zusehen. Bleibt gesund. Und bis zur nächsten Mini-Mod. Oder schaut gerne mal in meinem, äh, Gothic 2 Randomizer Mod Let's Play rein. Oder in die anderen Gothic Mod Let's Plays, die ich noch so gemacht hab. Da findet ihr einige auf meinem Kanal. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da und eine Bewertung. Folgt mir gerne auf Twitch. Da stream ich regelmäßig. Link in der Videobeschreibung. Ja. Und, äh, macht's gut. Ciao.